Louis Teichmann ist der berühmteste Rettungssanitäter Deutschlands. Seinem TikTok-Account 5 Sprechwunsch folgen fast 600.000 Menschen und sein Podcast Retterview, den er zusammen mit Sammy Splint betreibt, ist eine der erfolgreichsten deutschen Podcastshows. Heute spricht er mit mir darüber, wie das ist, Rettungssanitäter während einer Pandemie zu sein, wie er ohne Einser-Abi trotzdem einen Medizinstudienplatz erhielt, warum er den dann abgelehnt hat und wie er damit umgeht, Nacktfotos von fremden Frauen per Instagram zu erhalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, dann herzlich willkommen, Louis. Herzlich willkommen im Hyatt Regency Hotel Köln. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl in meinem stickigen Hotelzimmer. Danke, dass du den Weg hergefunden hast. Danke für die Einladung. Ich habe dir extra, für die Leute, die auf YouTube zugucken, und die sehen, das ist das einzige echte Glas gegeben. Ich trinke hier aus einem Plastikbecher, den ich aus einer Plastiktüte entnehmen musste. Das ist hier ganz spannend. Ich würde ganz kurz gerne deine professionelle Meinung dazu hören, wenn du schon mal da bist. Das ist nämlich hier natürlich das Sicherheitskonzept. Und da habe ich gefragt, extra eben, als ich mein Frühstück bestellt habe, kann ich ein echtes Glas haben für mein Wasser? Und er meinte, ja, natürlich, wieso kann ich das Glas haben? Dann meinte ich, ja, hier sind auf dem Zimmer nur so Plastikbecher, die so extra verpackt sind. Und er meinte, ah ja, das ist wegen Corona. Und dann meinte ich, aber wieso sind denn Ihre Gläser in Ordnung und die jetzt nicht? Und dann meinte er, ja, weil wegen der Sicherheitsbestimmung oder so, dass es irgendwelche Corona-Auflagen gäbe. Was ist, also mir kommt das oft so vor im Hotelbereich. Ich verstehe, also Regeln sind wichtig, aber da ist schon viel, da wird irgendwas gemacht, um was zu tun. Habe ich so ein bisschen in Eindung. Das sind diese Inkonsistenzen, wo man sich dann immer wundert und die wahrscheinlich dann auch bei manchen Leuten vielleicht auf Frustration stoßen, wenn man merkt, es ist irgendwie, die eine Regel wird so gemacht, aber dann gibt es wieder eine Ausnahme, die gar nicht logisch ist. Wieso ist das eine Glas in Ordnung, das andere nicht? Warum das jetzt so ist, kann ich tatsächlich auch nicht beantworten. Ich finde es aber jetzt schon aus dem Aspekt sehr interessant, dass das so ist, weil man ja aktuell auch in der Klimakrise sich immer wieder die Frage nach Nachhaltigkeit stellt. Und dann ist natürlich das wieder so eine interessante Abwägungssache zwischen fraglichem Infektionsschutz an der Stelle und Natur, weil Plastik in Plastik, das ist ja natürlich extra so gemacht, damit es einfach nur weggeworfen wird, damit da keiner irgendeinen Ärger mit hat. Und weiß ich nicht, finde ich schwierig. Also ich kann mir jetzt auch nicht erklären, warum das Glas jetzt in Ordnung ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich ein richtiges Glas bekommen habe. Ich denke tatsächlich, dass das so ein bisschen vorgeschoben ist, weil es vor allem auch Kostengründe hat und man sich jetzt darüber freut, dass man diese Infektionsschutzverordnung vielleicht dazu nutzen kann, um Kosten zu sparen, ohne sich schlecht fühlen zu müssen. Ja, das ist schon spannend. Ich war in Hamburg im Hotel, da wurden alle Wasserkocher entfernt. Überall aus allen Zimmern wegen Corona. Aber ja, Plastik, ich habe da jetzt auch, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt Analysen zu. Ich glaube, erst mal war Corona sehr gut für die Klimakrise, weil einfach weniger passiert ist. Es wurde also vor allem weniger gereist. Flugreisen müssen einen Riesenunterschied machen. Plastik sicher mehr, so viel zum Wegwerfen und nicht mehrmals benutzen. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es einen netto positiven Effekt auf das Klima hat, als Pandemie einfach weniger passiert. Aber ich weiß es nicht. Ist das wirklich so? Ich meine, es gab doch jetzt zuletzt diese große Zahl, dass wir irgendwie so und so viel Prozent weniger Treibhausgase ausgeschossen haben und so weiter. Und das hat sich dann aber, glaube ich, ab dem Punkt, wo die Lockdowns dann langsam zurückgenommen wurden, relativ schnell ist das wieder konvergiert gegen Normal-Level. Okay. Also ich befürchte tatsächlich, der Effekt ist zwar signifikant gewesen, vielleicht so im ersten Halbjahr, wo die Leute es ja auch noch ernst genommen haben tatsächlich. Und dann wurde ja die Akzeptanz dafür, für dieses Thema und für die Auswirkungen immer geringer. Das gipfelte ja dann jetzt im dritten, vierten Lockdown oder zweiten, dritten, ich weiß es gar nicht mehr, jetzt im vergangenen Winter. Da war es ja ganz schlimm. Und ja, können auf jeden Fall nur sagen, lasst euch impfen. Ich weiß nicht, ob ich dazu aufrufen darf an der Stelle. Wahrscheinlich kriegst du den Shitstorm hoffentlich. Ich kriege vor allem die, ich habe auch gerade festgestellt, wie dumm das ist, mit dem Thema anzufangen. Ist mir gerade aufgefallen, ich kriege jetzt überall die Labels auf allen Plattformen. YouTube wird einblenden, Corona-Informationen. Spotify wird es wahrscheinlich ganz nach unten ranken, was auch immer passiert. Aber nee, klar, ist völlig in Ordnung. Wir können zum Impfen aufwählen. Wir könnten zum Wählen aufrufen. Heute des Bundestags war es leider zu spät, wenn die Podcast-Folge rauskommt. Das sind ja auch turbulente Zeiten, sehr, sehr spannend. Mit Corona und so. Was da, also irgendwie, scheint es so, als wäre alles möglich. Ja, ich glaube aber tatsächlich, das ist jetzt aber eine ganz nicht sozialwissenschaftlich geprüfte Meinung, das ist meine ganz persönliche. Ich frage mich tatsächlich, inwieweit perspektivisch dieses starre Parteiensystem eigentlich noch repräsentativ für den Konsens in der Gesellschaft ist. Also, ich würde behaupten tatsächlich, dass es mehr Sinn macht, sich zu fragen, wie kann ich alle einfangen, anstatt so sehr auf konservativen Meinungen zu beharren, wie zum Beispiel, wir sind die Sozialdemokraten und wir machen das so, weil wir Sozialdemokraten sind. Aber man sieht es ja auch daran, wie sehr, also wie gut sich das eigentlich verteilt auf die Stimmen, auf die einzelnen Parteien. Das polarisiert ja gar nicht mehr so eine wirklich, sondern jedes irgendwie doof und jedes hat irgendwie aber auch ihre guten Seiten. Ich glaube, die Kompetenz ist es eigentlich, für einen zukünftigen Kanzler, für eine zukünftige Partei, alle einzufangen in irgendeiner Form. Und wieder das, was, glaube ich, Obama damals sagte, als ihm irgendein Video von seinem Gegenkandidaten gezeigt wurde, der sich irgendwie abfällig über die Demokraten geäußert hatte. Da sagt der Obama, wenn er eins gelernt hat, ist es völlig egal, wenn ich Präsident bin, dann bin ich Präsident für alle und nicht nur für die Demokraten, sondern auch für die Republikaner. Und das finde ich tatsächlich, glaube ich, einen sehr schönen Ansatz, der leider, habe ich den Eindruck, vereinzelt so ein bisschen verloren geht, ohne ja zu politisch werden zu wollen. Ja, also wir steigen hier voll ein, aber voll okay. Ich denke auch, ich verstehe es auf jeden Fall, was du meinst. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich denke, ich würde gerne so ein Mix & Match machen. Ich finde irgendwie diese Position von der Partei gut und diese Position von der Partei gut und jetzt muss ich mich auf eine Partei festlegen. Andererseits finde ich es schon deutlich weniger schlimm, wenn man viele Parteien im Parlament hat. Also in den USA ist es, finde ich, extrem. So zwei Parteien treten quasi gegeneinander an, eine gewinnt. Ich finde es immerhin, wenn wir dann im Bundestag vier, fünf Parteien haben und da gibt es irgendwie eine Partei, die sagt, ich gucke speziell auf die soziale Gerechtigkeit und es gibt eine Partei, die sagt, ich gucke auf konservative Werte und es gibt eine Partei, die sagt, ich gucke auf liberale Werte. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ist von all den Parteien und selbst der Partei, die ich wähle, würde ich mir auch nicht wünschen, dass sie 100 Prozent hat im Bundestag. Also wenn wir schon das Parteien-System haben, würde ich sagen, dann ist es ganz cool, dass wir da verschiedene, mehrere Parteien haben. Aber ich stimme dir zu, wenn es da irgendwie ein besseres System gäbe, wäre ich auch sofort am Start. Aber das zu designen, würde jetzt hier, glaube ich, den Umfang sprengen. Deswegen, die Frage, die ich eigentlich immer am Anfang stelle, Luis, wie geht es dir? Eigentlich geht es mir ganz gut tatsächlich. Ja, mir geht es gut. Ich merke aber tatsächlich dieses Ganze, also ich schreibe ja Maßarbeit jetzt unmittelbar. Ich habe dann solche Termine hier zum Beispiel und nebenbei hat man ja noch eine Freundin und ein Privatleben. Und ich merke tatsächlich, dass das in der Summe, allmählich wünsche ich mir, der Tag hätte mehr als 24 Stunden. Und ich merke, dass das geht langsam in Richtung, es wird sehr, sehr stressig. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde, hätte ich nie den Gedanken, ich hätte jetzt eigentlich nichts gerade zu tun, was ich machen könnte. Also wenn ich mir Pausen nehme, dann muss ich sie mir ganz bewusst nehmen und dann auch wirklich abschalten, weil ich merke tatsächlich, der Alltag, der gibt einem keine Pause eigentlich. Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist auch charakteristisch charakteristisch für diese Podcast und YouTube und noch alles möglich anders machende Leute. Das ist, wenn dich jemand fragen würde, was du beruflich machst, der Kollege vom Andersmacher-Podcast, Aaron Brückner, der fragt das seine Gäste immer, der war ja auch bei mir. Was würdest du darauf antworten? Was wäre so das Erste? Die einzige Antwort, die meine Eltern auch hören wollen an der Stelle, ich studiere. Ich bin Vollzeitstudent. Das ist spannend. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht Rettungssanitäter, vielleicht sogar schon Podcaster, Influencer. Du musst mal ein bisschen erzählen, auch für die, die dich vielleicht nicht kennen, obwohl du ja über das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre eine unglaubliche Popularität gewonnen hast. Was sind die Dinge, so grob zusammengefasst, die du machst? Du bist als Rettungssanitäter auf Social Media ja irgendwie bekannt geworden. Ja, genau. Was mache ich eigentlich? Ich studiere, also ich habe 2014 FSJ gemacht im Rettungsdienst. So bin ich überhaupt erst in diese ganze Schiene gekommen. Und das ist halt relativ cool. Das ist ja aufgrund des Zivildienstes, den es damals noch gab, so ausgelegt eigentlich, dass man innerhalb von einem Jahr eine Qualifikation hat, die einen dazu befähigt, im Rettungsdienst irgendwas zu machen. Es gibt natürlich noch eine richtige Vollzeitausbildung, die geht dann drei Jahre, wenn man das dann wirklich machen möchte für den Rest seines Lebens. Aber eben für diese Zivis gibt es so ein Einjahrespaket. Und das habe ich damals gemacht. Und das Schöne ist eben, dass man danach Geld verdienen kann. Also man verdient dann tatsächlich leider nicht weniger wirklich jetzt, nicht signifikant weniger als jemand, der diese Vollzeitausbildung gemacht hat. Ach was. Und genau, das sind wenige hundert Euro tatsächlich. Okay, das ist ja spannend. Ganz kurz dazu, ich habe das auch so in Erinnerung, es gibt so eine paarmonatige Ausbildung, Rettungssanitäter, und dann gibt es den, ist das Notfallsanitäter, für mehrere Jahre. Genau. Was ist denn, was ist der Unterschied in der Praxis? Der eine hat, glaube ich, ein bisschen mehr Kompetenzen dann auch im Rettungswagen. Genau, der Notfallsanitäter hat das fundiertere Wissen, hat entsprechend auch Freigaben nach sogenannten Standards-Arbeitsanweisungen. Das ist auch nach Bundesland und tatsächlich auch nach Kommune unterschiedlich, Rettungsdienst ist überall anders. Und dann haben wir eben den Rettungssanitäter, der als Fahrzeugführer eingesetzt wird, also ganz klassisch der Fahrer vom Notfallsanitäter, der hinten beim Patienten ist und mit all seinem Wissen den Patienten betreuen soll. Und dann haben wir den Krankentransport, das sind so Sekundäreinsätze, Verlegungen von Patienten, Einweisungen ins Krankenhaus, aber nicht mit Blaulicht und Tatütata. Da ist eben der Rettungssanitäter der Transportführer, der da beim Patienten ist und der Fahrzeugführer ist da der Rettungshelfer, der nochmal drunter ist, der mal Rettungssanitäter werden möchte. Sehr kompliziert, ich weiß. Das klingt alles wirklich sehr kompliziert. Du hast auch, ich höre deinen Podcast und da sind dann auch Geschichten, dass man, dass ihr auch immer ja einen Arzt irgendwie manchmal anrufen müsst, weil ihr keinen Arzt vor Ort habt und dann wollt ihr ein Medikament geben, dann sagt der Arzt am Telefon, okay, du darfst das jetzt geben und dann gibt es da auch wieder bestimmte Sachen, die jetzt nur der Notfallsanitäter machen kann oder nur der Rettungssanitäter. Also es scheint sehr kompliziert zu sein. Es ist ein einziges Wirrwarr. Es gab jetzt auch zuletzt eine Aktualisierung des sogenannten Notfallsanitätergesetzes, Paragraf 2a. Da wurden dem Notfallsanitäter ein paar mehr Freigaben eingeräumt, sofern er die Maßnahme beherrscht. Das ist immer sehr schwammig gehalten, wie alles in der Notfallmedizin. Man muss dann eben darlegen, im Zweifel, dass man diese Maßnahme beherrscht. Das ist natürlich schwierig. Das ist greifbar. Wann beherrsche ich denn etwas? Also wann herrscht ein Konsens darüber? Jetzt beherrsche ich das. Und genau, das ist so ein bisschen schwierig, rechtlich viele Unsicherheiten. Deshalb versucht man jetzt dieses Telenotarzt-System auszurollen, zumindest in NRW. In NRW kommt das jetzt flächendeckend, wo man dann eben einen Notarzt anrufen kann, der bekommt sämtliche mehr Werte und Parameter von der Defibrillationseinheit, vom EKG-Monitor übermittelt und kann sich den Patienten im Rettungswagen auch via Kamera anschauen, sofern das Netz das alles mitmacht tatsächlich. Das ist noch so ein Thema. Das berühmte deutsche Internet kann da so auch richtig gefährlich werden. Genau. Und der delegiert dann eine Maßnahme zum Beispiel. Der sagt dann ja, dann gib jetzt mal Morphium so und so viel Milligramm oder so. Und das macht der Notfassentäter dann. Bei mir ist es so ein Mix. Also wir wechseln uns eigentlich immer ab, weil der Notfassentäter hat eigentlich keine Lust, seinen ganzen Dienst immer nur hinten im Rettungswagen zu sitzen. Allein deshalb wechseln wir uns immer ab mit dem Fahren auch. Und das ist aber überall anders. Genau, das mach ich. Seit 2016 hab ich mich dann dazu entschieden zu studieren und mach das nur noch als ständige Aushilfe. Und jetzt seit letztem Jahr kam das dann irgendwie, weil ich mal irgendwie einen TikTok hochgeladen hab, von selbst dann mit Social Media. Also ich hatte nie den Plan, dann jetzt machst du auf Insta dies und dann machst du auf TikTok das, sondern es kam einfach. Ja, aber es kam einfach und ist irgendwie, was hast du, halbe Million oder so ungefähr auf TikTok? Bei 600.000. Bei 600.000, das ist ja also schon sehr beträchtlich. Wie ist das, was ist deine Theorie, warum ist das, warum hat das so gut funktioniert? Wieso gibt es so viel Bedarf an Rettungssanitäter-Content? Das ist eine gute Frage. Also ich differenziere die Zielgruppe so ein bisschen dahingehend, als dass wir zum einen die Rettungsdienste haben, die sich darüber freuen, dass endlich mal jemand das sagt, was denen unter den Nägeln brennt und mal zeigt, wie paradox der Job teilweise wirklich ist. Weil man glaubt ja immer, Rettungswagen, der macht den ganzen Tag nichts anderes außer Leben retten. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber der Wirkungsgrad ist da ziemlich gering. Und das ist der eine Teil. Zum anderen Teil natürlich auch dann dieses Krankenhaus, Pflegebusiness, die sich eben auch darüber freuen, auch so ein bisschen darüber mit identifizieren. Und dann eben einfach so ein Teil, ich nenne es immer Stockholm-Syndrom nur mit Uniform. Die sich einfach irgendwie dazu hingezogen fühlen, zu uniformiertem Personal. Das einfach, glaube ich, mit aller Arroganz tatsächlich einfach nur wegen mir schauen. Ich glaube, das ist auch völlig egal, was ich erzähle. Ich denke auch, dass bei deinen TikToks, da sieht man dich ja auch immer direkt in dieser Fashion-Weste. Also diese Jacke, die ist ja echt besonders schick. Die ist ja auch überall anders. Da habt ihr, glaube ich, auch schon drüber geredet, im Podcast, dass dein Kollege da, Sammy Splint, dass der irgendwie nicht so eine coole Jacke hat. Und mit der sieht man dich immer gleich in der ersten Einstellung. Und auf TikTok ist ja diese ersten fünf Sekunden, dass die Leute da wirklich gleich interessiert sind. Und das ist natürlich klar. Auf TikTok gibt es Piloten zum Beispiel, die TikTok machen. Es ist auch irgendwie klar, warum das was bringt. Wenn da jemand das Cockpit zeigt, da denkt man natürlich, okay, wow, das ist was Besonderes. Sehr, sehr coole Einblicke. Ich werde dich auch natürlich noch fragen, dass du mal erzählst, dir vielleicht so die eine oder andere Story, weil das ja der Content ist, den die Leute haben wollen. Aber davon gibt es ja ganz viel auf deinem Podcast. Jetzt musst du noch ein bisschen erklären, du machst das ja immer noch, aber studierst nebenbei Rettungsingenieurwesen und wirst immer gefragt, was genau das heißt. Was heißt es vor allem in Bezug auf, also ich kann mir so ein bisschen vorstellen, man lernt grundlagen vom Ingenieurwesen, man lernt, beschäftigt sich mit dem Rettungsdienst auf vielleicht ein bisschen rausgesungteren Ebene. Du arbeitest, glaube ich, mit statistischen Modellen, du hast deine Bachelorarbeit geschrieben und vorherzusagen, wo die Rettungsdienste wie ausgelastet sind und so weiter. Darüber können wir auch noch sprechen. Welche berufliche Richtung schlägt man denn damit später ein? So ganz altmodisch gefragt, was wird man damit? Was wird man damit? Es ist tatsächlich ein sehr breit gestreuter Studiengang, wie du schon sagtest und deshalb genauso breit gestreut ist eben die Arbeitswelt. Also ich sage immer, der Studiengang gibt einem genug, um dann, wenn man sich selbst das zu verfolgen, was man selbst machen möchte, man muss eben nur den eigenen Anspruch haben, sich in diese Richtung entwickeln zu wollen. Also zum Beispiel, ich kann ja so einen Querschnitt sagen, ganz klassisch wäre jetzt zum Beispiel, ich bewerbe mich nachher bei einer Feuerwehr, gehe in den höheren Dienst und bin dann verbeamtet und dann Einsatzleiter und das wäre so der klassischste Weg, der gemütlichste, würde ich auch fast sagen. Dann bestünde auf der anderen Seite die Möglichkeit zu sagen, man geht zum Beispiel zu der Firma Rescue Track heißt die, die beschäftigen, das sind nur Softwareentwickler und unter anderem auch einen Softwareentwickler, den hatte ich von dir erzählt und da meinte er, ja, ich habe ja auch schon in Harvard unterrichtet und so und so und genau, die beschäftigen sich im Prinzip mit Einsatzleitsystemen beziehungsweise auch mit Routing-Algorithmen und richtig, richtig coole Sachen, sieht auch richtig cool aus, muss man sagen. Das wäre dann so die nächste Schiene, wo man dann sagt, okay, da könnte ich zum Beispiel in den Vertrieb gehen, dann weiß ich, wenn man in so ein Autohaus geht, dann hat man vielleicht auch noch nie oder hat schon festgestellt, da steht kein Rettungswagen. Das heißt, scheinbar werden die irgendwo gebaut, diese Rettungswagen und gibt es nicht von Mercedes aus der Produktionshalle. Das heißt, da gibt es natürlich dann Aufbauhersteller, die sich nur damit beschäftigen, eben diesen Aufbau, diesen Kofferaufbau zu konstruieren. Ich könnte aber auch noch weiter nach vorne gehen und sagen, ich gehe zu dem Vertrieb Sonderfahrzeuge bei einem Automobilkonzern. Dann Arbeitsschutz, Brandschutz sind die aus meiner Sicht langweiligsten Themen, aber auch dahin kann man sich entwickeln. Also im Prinzip alles, was nur im Entferntesten mit Blaulicht irgendwie zu tun hat. Und wenn ich irgendwie noch meine, okay, ich habe eine sehr soziale Ader, könnte ich auch eine Trinkwasserversorgung in Krisengebieten aufbauen. Also das sind alles Dinge, die man lernt. Man muss nur eben für sich entdecken, wohin man gehen möchte und dann sich da aktiv auch hin entwickeln. Jetzt bist du ja schon relativ spät, relativ fortgeschritten in deinem Studium, im fortgeschrittenen Master-Semester. Ich schreibe jetzt quasi, ich will jetzt nur die Masterarbeit anmelden und dann ist Ende, ja. Und was kommt denn dann bei dir als nächstes? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also es gibt noch so ein paar Projekte, die jetzt anstehen unmittelbar. Ich darf es noch nicht sagen tatsächlich, aber da stehen noch so ein paar Sachen an. Es gibt auch schon so ein paar Anfragen und hat auch schon ein paar Abstimmungsgespräche gegeben. Ich meine, wenn man eine Bachelorarbeit gelesen hat oder ich finde Statistik, Datenauswertung, Data Science unglaublich interessant und das ist auch für mich sicher ein Berufsfeld, das ich mir sehr gut vorstellen könnte. Aber wenn es ganz anders kommt, mal schauen. Ich kann es noch nicht sagen tatsächlich. Okay, ich sehe, du druckst ein bisschen herum. Da wollen wir dann auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber es ist ja schon spannend, denn du bist ja auch in einer sehr besonderen Position mit diesem plötzlich neu gewonnenen, mit dieser Social-Media-Präsenz, die ja an sich auch ein Beruf sein kann oder man kann eine ganze Firma draus machen. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Du warst richtig überrascht, dass man damit richtig Geld verdienen kann relativ schnell. Wie verdienst du denn im Moment Geld auf deinen Social-Media-Kanälen? Ich verstehe sehr gut, wie es auf YouTube funktioniert. Ich kenne mich mit TikTok nicht so aus, muss ich sagen. Genau, also mich würde es sich auch gleich mal interessieren, wie es auf YouTube eigentlich funktioniert. Erzähl dich dann gleich. Sehr gut, weil auf TikTok ist es so, es gibt so zwei verschiedene Arten, wie man dort Gewinn erzielen kann, beziehungsweise drei sogar. Zum einen gibt es irgendwie so einen TikTok, TikTok, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, Fonds, Creator-Fonds, irgendwie sowas. Dort wird irgendwie verrechnet, die Video-Aufrufe mit Likes und keine Ahnung was und dann bekommt man monatlich irgendwie einen kleinen Teil. Ich sage es aber ganz ehrlich, das ist wirklich, ich glaube, einige Kinder haben besseres Taschengeld als das, was da rumkommt aus diesem Fonds. dann hat man zum anderen die Möglichkeit, dass jetzt ein Werbeträger oder ein Werbetreibender auf mich zukommt und sagt, hör mal, kannst du unser Produkt vorstellen oder in irgendeiner Form bewerben? Dann sage ich, okay, ich mache ein Video und dann sagen die, okay, kannst du es auf deinem Kanal einmal hochladen, bitte? Dann lade ich das hoch und dann muss ich es als Hashtag Werbung zum Beispiel kennzeichnen und genau ab dann kommt nämlich TikTok um die Ecke. Der Algorithmus hat das schon sehr gut raus, was Werbung ist und sobald er diesen Hashtag erkennt, wird das Video erstmal schön geshadowbanned. Man sieht tatsächlich an den Werten, dass das Video super performen würde, aber TikTok ist ja nicht doof. Die wissen ja ganz genau, dass der Influencer da Geld für bekommen hat und das gönnen die eben nicht, dass der jetzt auf der Plattform Geld verdient, ohne dass TikTok was davon hat. Also wird das Video erstmal ein bisschen geshadowbanned, performt dann immer so um die 100.000 Aufrufe, 200.000 vielleicht und was möchte TikTok damit bewirken? Es gibt dann die Möglichkeit, dass ich sage, ich erstelle einen Werbecode, diesen Code schicke ich dann dem Partner, der vielleicht gesagt hat, also nur 200.000, bei deiner Reichweite ist uns ein bisschen wenig, wir würden da gerne was mehr haben. Mit diesem Code geht er dann an TikTok und TikTok sagt, ja perfekt, wir können das Video gerne pushen und dann steckt unter Umständen eben der Werbetreibende nochmal 2.000, 3.000 Euro da rein, damit das dann über eine Million performt. Das ist ja spannend, das war mir überhaupt nicht klar. Ja, aber eigentlich super schlau. Schlau, aber auch frech. Genau, also da gibt es einige, die sich darüber aufregen, es wurde auch schon mal in den Raum geworfen, dass das ja rechtswidrig sei. Das kann ich jetzt nicht bewerten tatsächlich. Es ist halt geschickt gemacht mit diesem Shadowban, weil dadurch man kann halt nichts machen. Das Video sieht wie ganz normal aus, es ist da, man merkt aber, es passiert einfach nichts mehr bei diesem Video, obwohl die Werte top sind. Ja, wir machen das natürlich auch ganz viel. Ich arbeite ja bei Facebook und ich kenne es jetzt nicht in dem Zusammenhang, aber wo es ganz viel benutzt wird, ist so im Integrity-Bereich, in dem ich auch arbeite. Also wenn du jetzt Hate-Speech postest oder was ganz anstößiges postest, was aber nicht ganz, also nicht so gar, gerade so nicht schlimm genug ist, dass man es löschen würde. Ja. Ja, das wird dann halt oft nicht gelöscht, aber dann wird gesagt, ja, Meinungsfreiheit kannst du es posten, aber es sieht halt niemand. Ja, ja, TikTok macht es eben so. Spannende, ja, spannende Frage. Aber das, also, das ist ja schon echt frech, das hätte ich nicht gedacht. Aber könntest du von deiner, also 500, 600.000 auf TikTok, das ist ja schon, ist ja schon viel, viele Leute, die dir folgen, du hast einen riesen Podcast, könntest du davon leben? Ähm, das ist schwierig zu sagen, tatsächlich. Also, jetzt aktuell kann ich gut davon leben, im Zusammenhang mit auch diesem Rettungsdienstleinkommen. Ähm, noch wäre das jetzt nichts, aber ich bin ja auch im ersten Jahr quasi, wovon ich jetzt voll leben könnte, hat aber auch den Grund, dass ich sehr viel, ähm, ablehne. Also, bei TikTok ist es zum Beispiel so, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei auf YouTube ist, aber bei TikTok verdiene ich wirklich nur, wenn, ähm, der Kunde, ein Kunde kommt und sagt, mach ein Video, für das würde ich bezahlen. Dann wirklich auch nur dieses eine Video, das ist dann einmal eine Summe oder es ist ein 1000 Kontaktpreis und dann ist Ende. Und, ähm, bei, äh, bei YouTube ist es ja, glaube ich, so, dass du das monetarisieren kannst und dass sobald Werbung vorher kommt, dann bekommst du ja laufend quasi Einnahmen. Und das ist auf TikTok nicht, ähm, zumindest bei mir nicht. Das heißt, ich müsste im Prinzip die ganze Zeit Kooperationen für jedes Video an Land ziehen, dann könnte man da sicherlich auch von leben. Ähm, aber, ja, ich, ich, es ist auch teilweise ein großer Spagat. Also, ich weiß nur, ich hab mal für eine, eigentlich, wenn man jetzt auf mein Profil geht, wird man es ja sehen, bei HelloFresh hatte ich eine Kooperation oder zwei Kooperationen. Das war schon ein Spagat, wo ich sage, puh, von Rettungsdienst zu HelloFresh, ohne dass es unangenehme Werbung wird, das ist schon schwierig. Ich hab die irgendwie bekommen, die Kurve, die fanden aber auch nicht viele so wirklich, ja, hab ich ein bisschen Kritik für bekommen. Aber, ähm, unterm Strich, ähm, wenn man dann so eine Kooperation hat, muss man sagen, dann wird es über, über, überdurchschnittlich gut bezahlt. Dafür, dass ich ja eigentlich maximal eine Stunde Aufwand damit habe. Ähm. Und das find ich spannend, da will ich gleich mit dir drüber sprechen. Kurz zu YouTube, weil dich das interessiert. Ich hab sogar, wenn dich die YouTube, also dieser Google AdSense Part interessiert, äh, was man da automatisch ausgeschüttet kriegt. Ich hab ein ganzes Video, was ich hier pluggen kann, wo ich genau mein, also wirklich zeige, mit Screenshare, äh, durch meine Statistiken gehe. Also, bei mir sind das so ein paar tausend Euro im Monat, die ich krieg, einfach von Google. Ohne, dass ich Kollaboration mache. Und dann kann ich natürlich, äh, genau wie du, äh, Firmendeals an Land ziehen. Das ist bei mir immer dann so eine 60 Sekunden Integration, da kriegt man dann ein paar tausend Euro für, äh, in so einem YouTube Video. Und dann sagt man, hey, hoffentlich irgendwie passend ins Video, apropos, äh, dieses Produkt oder so. Aber, mach ich unregelmäßig, ich mach in letzter Zeit einfach viele Podcasts, weil die sich leichter produzieren lassen und will mehr richtige, echte, gescriptete Videos machen. Da gibt's dann auch Kollaborationen, aber, äh, alleine dieses YouTube, äh, regelmäßig, das sind so 2000 Euro im Monat bei mir oder so. Mal ist es mehr, mal ist es weniger, aber immer so mindestens 2000 Euro. Da kann man immerhin so die alle Ausgaben von decken und, äh, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, würde ich sagen, an der Plattform gegenüber von TikTok oder Instagram oder so, wo man wirklich angewiesen ist auf diese Werbedeals. Jetzt hast du aber gesagt, dass man bei diesen Werbedeals, äh, dann auch schon richtig gut verdienen kann. Und ich bin zufällig genau zu diesem Thema in Köln. Ich bin nämlich am Dienstag, ja, eingeladen bei Stern TV, bei, äh, Halaschka in der Sendung, in der Sondersendung zum Thema gerechtes Gehalt. Äh, das wird es jetzt schon gegeben haben für die, für die Zuschauer des Podcasts, die das dann hoffentlich vielleicht, äh, sehen durften im Fernsehen. Und, vielleicht hab ich mich völlig blamiert im Live-Fernsehen. Mal sehen, aufregend, in so einem echten Fernsehstudio zu sitzen. Da wird's dann aber darum gehen, ich bin da als YouTuber, vor allem natürlich auch als Softwareentwickler, bei Facebook verdiene ich natürlich viel mehr Geld. und, äh, dann sitzt da eine Krankenschwester, da sitzen da also Leute aus unterschiedlichen Berufen und dann wird diskutiert, was ist eigentlich gerecht. Und, äh, ich glaube am Ende, um Gottes Willen, wird das Publikum noch abstimmen, wer wie viel verdienen sollte. Mal sehen, wie ich dabei wegkomme. Jetzt bist du ja, äh, äh, jemand, der Master studiert, äh, der ein großes Social Media Following hat, der wahrscheinlich eine überdurchschnittliche Karriere, äh, dem eine überdurchschnittliche Karriere bevorsteht. Ich hoffe, es ist jetzt eine Prognose. Alles, alles, alles scheint in die Richtung. Äh, du arbeitest aber auch als Rettungssanitäter, was, ja, ich würde sagen, so ein anständiger Job ist, Es ist ein, äh, ein praktischer Job, ein physisch strapazierender Job, der jetzt nicht extrem gut bezahlt ist wahrscheinlich. Äh, also man wird damit nicht reich. Äh, wie siehst du das? Was ist so dein Blinkwill? Du hast eben im Vorgespräch, als hier im Hotelzimmer schon gesagt, du findest eigentlich, dass man als Influencer ungerecht viel verdient. Es gibt sicher auch, also Leute, die es werden wollen, YouTuber, die dabei sind, jeden Tag ganz viel Videos produzieren und sich wirklich abrackern und noch gar nichts verdienen. Äh, und im Vergleich dazu ein Rettungssanitäter. Ist das gerecht? Verdient, äh, gerade diese Pflegekräfte, Rettungskräfte, verdienen die genug in Deutschland? Was ist deine Meinung? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Für mich ist das jetzt Vorbereitung auf die, auf die Sendungabdieztag, ne? Äh, ich glaube tatsächlich auch, dass sie sich da so ein bisschen ganz bewusst ausgewählt haben. Also wenn du auch sagst, dass da das totale Gegenteil, in Anführungsstrichen, dann so Krankenpflege oder so dabei ist, dann, äh, wollen die da glaube ich schon ganz bewusst mal so eine, ähm, so eine, so eine Diskrepanz schaffen. Aber, ähm, ob das gerecht ist, ich sag ganz ehrlich, für vier Monate, beim Rettungssanitäter für vier Monate, ähm, Qualifikationslehrgang, finde ich's gerecht, was dann dabei rumkommt. Ähm, beim Notfallssanitäter für drei Jahre Berufsausbildung, finde ich's teilweise ungerecht, wenn man das jetzt nur auf das, ähm, auf den Ausbildungsstand skaliert. Wenn ich mir dann aber überlege, was ich dann praktisch machen muss, im Vergleich zu anderen, ähm, Berufen, die ich ja eigentlich auch hätte ergreifen können, dann finde ich's, ähm, ungerecht, weil man braucht ja nun mal Menschen, das ist ja eine kritische Infrastruktur, man braucht Menschen, die es machen, also irgendwer muss es machen. Und, ähm, ich find, dass einfach zu viele unbekannte Variablen, über die man vorher nicht aufgeklärt wird, dann nachher auf einmal aufploppen, zum Beispiel so eine Pandemie. Also hätte mir einer vorher, das sagen alle immer, das ist ja dein Job. Also ich weiß nicht, hätte mir einer vorher gesagt, dass es mein Job sein wird in der Pandemie, wo keiner weiß, Long-Covid kannte man noch nicht letztes Jahr im Februar, da hieß es, es ist eine schlimmere Grippe, das war's, ähm, dass man da in eine Pandemie geschickt wird, ohne dass es Masken gibt, weil die gab's nicht, und dann heißt es, nehmt hier einen Mund-Nasen-Schutz mehrfach, was heute ja absolut verpönt wäre, also man quasi, mehr oder weniger wissentlich, voll da reingeschickt wird, in diese, in diese Gefahr, dann weiß ich nicht, ob, ähm, ich diesen Beruf dann noch gemacht hätte, und ob den andere entgriffen hätten, und ob das überhaupt dann gerecht ist, das gehalten, natürlich gab's jetzt so einen Corona-Bonus, aber da wollte sich das Bundesgesundheitsministerium ja auch nicht wirklich dran beteiligen, weil's ja hieß, ja gut, ähm, aber eigentlich hattet ihr doch weniger Einsätze, weil die Sportplätze waren ja geschlossen, und, ähm, als wenn sich 90% unserer Einsätze auf Sportplätzen abspielen würden, aber das ist ein anderes Thema, ähm, ich finde, für das, was man leistet, und wenn man sich anschaut, dass teilweise die Leute, die jahrelang, ähm, anderen Menschen geholfen haben, irgendwann selbst Hilfe brauchen, quasi, weil der Rücken kaputt ist, also ich sag ganz ehrlich, ich merk's auch schon, ähm, ich kann auch nicht lange Auto fahren, weil dann tut der untere Rücken weh, und das kommt definitiv vom Rettungsdienst, das ist ein typisches Rettungsdienster-Problem, da gibt's auch Statistiken von Krankenkassen drüber, weil am Rücken schon in Arbeiten gespart wird, es gibt elektrische Trageeinzugssysteme, bla bla bla, da geizt man, und, ähm, ich find, die Rahmenbedingungen sind sehr schlecht, sehr wenig Wertschätzung auch von der Bevölkerung, und, ähm, das Gehalt macht das leider nicht wett, so würde ich's tatsächlich, ähm, sagen, also, man müsste wesentlich mehr bekommen, um diese ganzen Sachen wirklich, ähm, tolerieren zu können, dass man wenigstens sagen kann, ach, weißt du was, ich verdiene hier so viel, dann ist das jetzt halt so, aber es ist ja leider so, ich mach dreieinhalb Jahre Berufsausbildung, werd zu Einsätzen geschickt, für die ich nicht ausgebildet wurde, bin vielleicht dann noch frustriert, dann, ähm, muss ich mehr oder minder hier, ähm, Taxi spielen, Köln, dann, ähm, bin ich mehr oder weniger nur eine Serviceleistung für einige, und, ähm, dann werd ich auch noch angespuckt vielleicht im Einsatz, weil irgendein 18-Jähriger alkoholisiert ist und sich nicht im Griff hat, und, ich mein, du warst ja auch gestern feiern, ich weiß nicht, ob du da schon irgendwie eskalative Szenen beobachtet hast, aber Köln, äh, rühmt sich jetzt auch nicht irgendwie mit, mit, mit Nettigkeit an, an Abenden. Also, ich muss schon sagen, so eine 5000-Euro-Kamera am ausgestreckten Abend zu schwenken, da fühlt man sich nicht überall in Köln wohl. Ja, genau. Also, es ist schon, es ist schon auch so ein bisschen so ein, ja, ich will nicht sagen Assi-Milieu, aber Assi-Milieu teilweise. Also, nee, ist wirklich, ich bin da, bin da durchgegangen und dachte, also, cool, die meisten Leute sind nett, gute Stimmung und so, aber es schon gibt auch viele, die so ein bisschen so gefährlich aussehen wollen, wahrscheinlich auf der Straße rumlaufen und, äh, es ist eine sehr gemischte Szene einfach, Jiranda. Ich war, wie du schon sagtest, gestern Samstagabend spontan, äh, also, es war auch total cool. Ich habe auf Instagram geschrieben, hey, ist jemand in Köln? Und dann hat mir einer, ein Typ, den ich, der mich in London mal zufällig erkannt hatte, der da mal einen Master gemacht hat, der mir auf Instagram folgt, hat mir gesagt, hey, ja, komm mit uns mit, sind wir durch die Straßen gezogen, haben noch eine Twitch-Streamerin, äh, gefunden, die da auch, als ich gerade meine Kamera wegstecken wollte, weil ich dachte, oh Gott, hier sind zu viele Leute, da kommt dann plötzlich so ein Mädel mit so einem ausgestreckten Selfie-Stick und ist gerade live auf Twitch und spricht auf Englisch in ihr iPhone. Also, ganz, ganz unterschiedliche Typen, ganz viele nette Leute, aber man merkt auch, ich kann mir vorstellen, dass du da vom Späte doch öfter mal beruflich unterwegs warst, also. Ja, und die Kölner Ringe, die haben es auf jeden Fall in sich. Berlin soll ja noch schlimmer endet tatsächlich und insofern finde ich es nicht gerecht für das, was man tut. Also, wenn man das skaliert jetzt über den Aufwand, den man hat und was man da körperlich auch rein streckt, das ist ja nun mal eine körperlich harte Arbeit, auch nachts um drei Uhr morgens aufstehen, innerhalb von zwei Minuten am Rettungswagen sein, losfahren und dann, äh, vielleicht auch nur zu Husten, Schlupfen, Neiserkeit, was einen dann wiederum frustriert, wo man sich denkt, warum macht man das hier eigentlich alles? Ähm, finde ich, könnte es, es ist im Gehalt, könnte sich schon mehr Wertschätzung widerspiegeln, wenn man sie denn zumindest an anderer Stelle nicht bekommt. Und du bist jetzt ja auch jemand, der da noch aus einer relativ privilegierten Position sprichst, du machst das ja nur quasi irgendwie zwei Tage die Woche, zwei lange, harte Tage die Woche, aber das muss sich ja nochmal ganz anders anfühlen. Ich meine, du machst dann ja ganz viel andere Sachen und hast ganz viel Abwechslung und hast dann reine Schreibtisch- oder Kopfarbeit oder diese Social-Media-Geschichten, was auch immer das ist und jemand, der das wirklich Vollzeit macht, das, das stelle ich mir schon vor, dass das strapaziert und das glaube ich in einer Weise strapaziert, wie jemand wie ich, du kannst das ein bisschen einschätzen, weil du die Arbeit kennst, aber ich glaube, dass so Menschen wie ich, die eigentlich immer nur akademisch gearbeitet haben, das überhaupt nicht nachvollziehen können. Und da kann man sich gar nicht richtig gut reinversetzen. Und das ist dann einfach zu sagen, das finde ich jetzt gerecht oder ungerecht, aber das kann man eigentlich jetzt Außenstehender gar nicht beurteilen. Die Frage ist aber immer, was das letztlich heißt, also das sind ja auch so diese Sachen, man riskiert da sein Leben womöglich in der Pandemie, das kann man ja ganz schwer aufwiegen und jetzt sagen, so, das wäre jetzt das richtige Gehalt. Und dann ist ja immer noch die Frage, was man dann mit der Information macht. Da bin ich auch gespannt, wie das am Dienstag läuft. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir finden das ungerecht, dass der Sani so und so viel verdient und der Softwareentwickler so und so viel. Und jetzt? Also das, ich meine, mein Gehalt zum Beispiel, in der privaten Wirtschaft ist das ja noch eine einfachere Rechnung. Es gibt so und so viele Leute, die Facebook nutzen, die Firmen sind bereit, so und so viel Geld auszugeben und dann ist halt, das ist die Facebook Revenue. Und dann stellen die so und so viele Softwareentwickler ein und da kommt sowas bei rum. Kommt halt einfach, es ist einfach, ist ja einfach ein Fakt oder ein Markt, dass ganz, ganz viel Geld in diesen Werbemarkt im Internet gesteckt wird und dass also Softwareentwickler wie ich mit unserer Arbeit da so viel Kapital letztlich effektiv bewegen und nutzen können, dass mir das dann entsprechend ein sehr gutes Gehalt ausgeschüttet werden kann. Im Staatlichen ist das immer noch ein bisschen schwieriger. Da ist ja, der Staat kann da noch ein bisschen mehr ganz andere Budgets hin und her schieben, weil er in ganz unterschiedlichen Bereichen Geld zur Verfügung hat, aber da wird ja auch überall immer mehr gefordert. Mehr in die Schulen, mehr in die Kinder insgesamt, mehr in die Infrastruktur, mehr in die Straßen, mehr in die Rettungssanitäter. Und auch das Geld muss ja irgendwo herkommen, auch wenn das noch viel komplexer auszurechnen ist und ich da auch gar nicht wirklich qualifiziert zu bin. Aber ich denke dann immer, was ist also, es fühlt sich ungerecht an und ich wünsche jedem, dass er möglichst viel verdient, aber wie löst man das? Ich meine, man zeilt ja Gehälter auch nicht gesellschaftlich zu, es sei denn, man möchte jetzt in ganz sozialistische Richtungen gehen. Es ist ja nun mal der Mann. Ja, das ist ja dieses Problem auch, wenn man sagt, Fußballer verdienen so viel und da denke ich mir dann auch, gut, also das ist ja nicht so, dass das Geld irgendwo aufploppt, also dass wir so einen riesigen Geldberg haben, woraus wir schürfen und dann wird einfach den Fußballern ganz viel Geld gegeben, so ist es ja nicht. Es hat auch niemand entschieden. Es hat sich jetzt nicht jemand hingesetzt und sagt, ich finde der Fußballer sollte so viel verdienen. Genau, also die Leute schauen Fußball ohne Ende, dadurch werden unglaubliche Werbeeinnahmen generiert, Sponsorenverträge, was weiß ich, weswegen der Verein den Fußballern so viel Geld zahlen kann, weil der Verein natürlich auch weiterhin daran interessiert ist, wirtschaftlich zu wachsen und seine Position zu halten, muss er natürlich so ein gewisses Gehalt aufrufen, aber dieses Geld ist ja nun mal da, gut, jetzt Gegenbeispiele sind natürlich der FC Barcelona so hoch verschuldet, der jetzt ja auch dann Spieler wie Messi abgeben musste, weil er sich leisten konnte, aber es ist ja nicht so, dass das Geld nicht irgendwo herkommt. Ich finde es falsch zu sagen, der verdient zu wenig, also man urteilt ja nur aus seiner kleinen Blase heraus irgendwie und natürlich, wenn ich mir jetzt sage, okay, also der eine, das wird wahrscheinlich dann bei Stern TV passieren, also wir haben jetzt hier den einen, der sitzt den ganzen Tag nur vorm Computer, tippt so ein bisschen rum und entfährt Hate Speech und jetzt haben wir jemanden, die rettet Menschenleben, also wer sollte denn mehr Geld bekommen? So, aber die Frage ist ja, könnte sie ein Masterstudium absolvieren, das abschließen wie du und ist sie dann in der Lage eben für Facebook einen Wert zu erzielen, dass Facebook es als sinnvoll erachtet, dir so viel Geld auszuschütten? auszuschütten und ich finde, man müsste hingehen und sagen, okay, Berufe, die der Gesellschaft dienen, mal dann entkoppeln von dieser privatwirtschaftlichen Sache, das ist ja ein Markt, der läuft, aber Berufe, die der Gesellschaft dienen, wollen wir denen nicht einfach in welcher Form auch immer staatlich mehr Erleichterungen schaffen, dass man sagt, okay, die, was weiß ich, können viel mehr von der Steuer absetzen oder, also ich finde es einfach schade, wenn ich mir denke, da hat jemand sein ganzes Leben, 50 Jahre, ich finde es teilweise paradox, dass wir einen Kollegen haben, die sind 55 und müssen dann einen 18-jährigen besoffenen Jugendlichen, der die unter Umständen noch anspuckt, ins Krankenhaus fallen, wo ich mir denke, stimmt doch irgendwie was nicht so und ich denke mir, die machen das 40, 50 Jahre und können dann noch nicht mal in einem Haus wohnen und das finde ich einfach schade, dass man sich so sehr für die Gesellschaft eingesetzt hat sein Leben lang und dass es einem dann in Anführungsstrichen so wenig gedankt wird und das ist so der Punkt tatsächlich, da müsste der Staat irgendwas tun, wie auch immer, ich meine, wenn man irgendwie Geld in der Maut versenken kann, dann könnte man ja jetzt meinen, dass man da vielleicht auch so ein bisschen Geld übrig hat, ja. Ich würde mir auch wünschen, dass das möglich ist, es ist immer sehr schwierig, finde ich, also wie gesagt, bei dem freien Markt, bei der Privatwirtschaft ist es noch leichter so zu rechnen, wie viel Geld kommt rein, wie viel geht raus, der Staat bewegt so viele verschiedene Töpfe von Geld, dass man da, also wenn der, ich könnte jetzt eine Meinung zu sagen, aber dann irgendjemand, der sich besser auskennen könnte, das dann sofort wieder widerlegen, das ist schon sehr, sehr komplex. Jetzt hast du mehrmals schon gesagt, du hast mehrmals über Wertschätzung gesprochen, über das Angespucktwerden und so weiter, ist es so dramatisch, das klang jetzt sehr negativ, andererseits trägst du ja sehr zum positiven Image des Rettungssanitäts, das ist auch so für Media bei, das ist ja sicher dann auch eine ganz wertvolle Geschichte, könnte ich mir auch wirklich vorstellen, dass das, naja, auf der Skala schon einen Unterschied macht und zum wirklich positiv dazu beiträgt, dass du auch die, ich meine, die meisten Zuschauer sind ja rein statistisch sicher dann trotzdem keine Rettungssanitäter und die werden vielleicht auch mit diesen Situationen, wie du sie mir jetzt erstellst, natürlich konfrontiert und denken, ja stimmt, also da sollte ich echt nochmal extra höflich und extra nett zum Sani sein, aber ist die Lage, würdest du es so bewerten insgesamt, dass es eher ein Problem gibt mit Anerkennung des Berufsfelds? Ja, das ist hier diese Frage, Gewalt gegen Einsatzkräfte, also ich sage immer, wenn man die Gewalt, wenn man die Zahlen sich anschaut, dann ist natürlich jede Zahl zu viel, wenn man es skaliert über die Masse an Rettungsdienstlern und über die Wahrscheinlichkeit, dass einen das selber trifft, dann ist diese einzelne Wahrscheinlichkeit, so ist es ja immer, die ist wesentlich geringer als die kumulierte Wahrscheinlichkeit, dass es Gewalt gibt, insofern, ich weiß nicht, wie man es genau wertschätzt, ich sage so, es sind so Kleinigkeiten, keine Ahnung, wenn man sich jetzt sieht, der Deutsche muss zum Beispiel immer darauf bestehen, dass es an der Kasse eine Reihenfolge gibt und das ist völlig egal, ob jetzt jemand in Uniform steht oder nicht, wenn ich jetzt hier meinen Wocheneinkauf habe, dann wird der jetzt erledigt, dann muss der halt warten, weil ich bin erster da, solche Geschichten, das ist natürlich auf dem Land weniger ein Problem, in der Großstadt komischerweise schon, das sind so Kleinigkeiten, an denen man, oder so Stellschräubchen, an denen man drehen könnte. Also als Appell, lass die Netten retten, das geht da einfach mal beim Backup vor. Lass uns doch einfach mal an der Kasse vor, also das wird ja schon, wird ja schon viel machen. Das ist aber noch eine ganz andere Situation, als jetzt angespuckt werden, also das sind ja zwei, zwei Enden einer Skala, das ist ja auch, wie du sagst, das kann man ja gar nicht so seriös jetzt sagen, im Grunde, es ist zu viel oder zu wenig, was soll es heißen, jedes Mal, wenn ein Mensch angespuckt wird, der gerade Leben rettet, ist das zu viel, wie viel wäre quasi erwartet oder nicht und ab wann ist es irgendwie eine riesen, eine noch besonders schlimme Situation, ganz schwer zu sagen. Dein Bauchgefühl, ist die, ist da wirklich ein ganz großer Verbesserungsbedarf oder seid ihr, habt ihr insgesamt eher Gutes angesehen in der Gesellschaft? Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage, aber die man wahrscheinlich in einer repräsentative Studie bräuchte, um das zu beantworten. Wenn ich es jetzt ganz, ganz persönlich sagen würde, eigentlich darf ich es nicht persönlich sagen, weil ich wie gesagt zu wenig fahre, als dass ich an dieses... Ja, ich habe auch gesagt, man kann es nicht seriös beantworten und dann frage ich dich trotzdem. Also Felder, du bist ja auch Statistiker, du musst natürlich vorsichtig sein. Du kannst aber vielleicht anekdotisch einfach mal erzählen, was ist denn so das Netteste und das Unnetteste, was dir bis jetzt passiert ist? Was ist das? Das Problem ist, mir fällt das Unnetteste ein, das Netteste, also was Supernettes, weiß ich jetzt nicht, ob mir was Supernettes einfällt. Wurdest du schon mal in der Schange vorgelassen? Ja, tatsächlich schon. Ja, aber das war in einer kleineren Stadt. In Aachen war das. Man merkt schon, in Köln ist das jetzt nicht so akzeptiert. Ansonsten, also was Supernett ist, mir wird jetzt keine konkrete Situation sein, aber es sind so die etwas älteren Ömmchen, in Anführungsstrichen, die Oma Brommelkamp, die dann immer super lieb sind und danke und vielen Dank und darf ich ihnen nicht was geben und was weiß ich. Wir werden das natürlich ablehnen, aber sowas einfach super lieb und super nett, was dann voll dem entgegensteht, keine Ahnung, letztens erst erlebt, irgendwie ein, keine Ahnung, 19-jähriger Jugendliche, der dann meine Kollegin irgendwie angespuckt hat und auf dem Krankenhaus gespuckt hat, einfach gar nicht bewusst gezielt, einfach so, ich muss jetzt einfach sagen, in einer völligen Asozialität aus meiner Sicht, einfach nur, völlig selbstverständlich werde ich jetzt hier, also ich habe das Recht, mich quasi voll wegzuschießen mit dem Alkohol, dann habe ich auch noch das Recht, dass ich abgeholt und getragen werde, so nach dem Motto, dann habe ich auch noch das Recht, in diesem Rettungsmagen zu machen, was ich will und wenn ich ja spucken will, dann mache ich das und, ähm, ist natürlich immer schwierig zu bewerten, weil die Leute natürlich nicht Herr ihrer selbst sind, wenn die so stark betrunken sind, ähm, trotzdem ist sowas halt einfach, wo man sich denkt, das hätte man jetzt einfach mal voll schenken können, diesen ganzen Einsatz und, ähm, ja, was natürlich immer so Diskussionen sind, ist diese typische, sie stehen mir im Weg Diskussion, können sie nicht wegfahren Diskussion, wobei das auch schon stark abgenommen hat, aus meiner persönlichen Sicht, äh, seit Corona, also da hat Corona auch so seinen Beitrag geleistet, dass zumindest so ein bisschen die Anerkennung gestiegen ist. Das finde ich auch spannend, wie du das wahrgenommen hast, denn, äh, ich hab, ich lebe ja in England, in London und da wurde ja wirklich jeden Abend oder dann jeden Freitagabend später, äh, um 8 Uhr applaudiert für die NHS-Mitarbeiter. Also da wirklich, hat man wirklich gehört, was ist hier los? Ach ja, es ist 20 Uhr, alle stehen auf dem Balkon und klatschen, ganz England, ganz Großbritannien. Äh, ich weiß nicht, ob es hier in Deutschland was Vergleichbares gab, aber man hat wirklich den Eindruck, dass, äh, äh, NHS, da nochmal sehr viel Rückhalt gewonnen hat und sowieso, wenn ich irgendwie, ich erinnere mich schon früher, wenn ich in London, ich sitze im Comedy Club, irgendein Gast wird gefragt, ja, was arbeitest du, NHS, ich bin irgendwie, oder Krankenschwester oder sonst, alle applaudieren plötzlich, alle sind begeistert. Also da gibt es schon sehr, das wird sehr zelebriert, äh, hab ich so gar nicht. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland vergleichbar ist und, äh, ob es sich mit Corona verbessert hat. Wie, du sagst, es hat sich verbessert. Also subjektiv hat sich es ein bisschen verbessert, ähm, es gibt trotzdem noch Leute, die einem zum Beispiel dann auch ihre Covid-Erkrankung bewusst vorenthalten, ähm, und das dann erst so nebenbei droppen. Ähm, und das Problem ist, es wird dann nicht verfolgt. Also streng genommen müsste man jetzt eigentlich hingehen und dann müsste man eine Anzeige schreiben, aber das ist alles so langwierig und so, dass er dann einfach damit durchkommt und das ist eben das Problem, dass sich dann dieser Schlendrian so ein bisschen, ähm, so ein bisschen einbürgert. Also wir hatten das Geklatsche auch für zwei Wochen, drei Wochen oder so, ähm, als die Leute dann genervt waren, weil sie gemerkt haben, verdammt, das Klatschen führt jetzt nicht dazu, dass das Virus verschwindet, waren sie dann lieber alle wieder genervt. Ähm, dann war es zwischenzeitlich die Phase, wo es ja hieß, man würde mit Intensivbetten betrügen. Ähm, dann war tatsächlich irgendwas mit diesem Divi, äh, Bettenregister, da war tatsächlich, gab es Ungereimtheiten, das hat das Ganze nicht verbessert. Ähm, da hat ja sehr polarisiert die Doc Caroli, Doc Caro Holzner. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, sie war auch bei Stern TV in dieser Zeit, die eben, ähm, Oberärztin ist in der Notaufnahme und eben auch gesagt hat, die Intensivbetten sind voll und so weiter, wir müssen dies, wir müssen das machen. Und, äh, wo die Leute eben das auch nicht glauben wollten, meinen, die sind ja alle voll, äh, haben das völlig abstrus aus, zeigt schon wieder, wie sehr die Leute sich in ihrer Blase bewegen. Ähm, es bringt mir nichts, wenn, äh, in München oder, wenn in Berlin freie Intensivbetten sind, dann bringt mir das in München nichts. Aber die Leute schauen sich, dass sie dann ansehen, das sind doch gar nicht alle Betten belegt. Aber, ähm, ich fliege ja keine Patienten von München nach Berlin. Das ist ja völlig abstrus. Aber diese ganzen Sachen, also das ist einfach das, was mir fehlt auch mit dieser ganzen Pandemie, diese Abstrationsfähigkeit. Und dieses mal kurz einen Schritt zurücktreten und mal kurz versuchen, irgendwie auf diese ganze Situation, diese Lage zu blicken und aus diesem persönlichen Kaninchenbau rauszukommen, was man ja übrigens auch YouTube und ich weiß nicht, ob man es auch Facebook vorwirft, teilweise, dass die Algorithmen so einen Kaninchenbau, so einen Rabbit Hole erzeugen, dass man quasi, ähm, denkt, dass der Algorithmus merkt irgendwie, keine Ahnung, man interessiert sich scheinbar dafür, dass die Erde eine Scheibe ist und schlägt dann nur noch Videos vor, ähm, die das auch befeuern, dass man dann irgendwie denkt, das wäre jetzt tatsächlich gesellschaftlicher Konsens in seinem Kaninchenbau. Ja, das ist dieser Echo-Chamber-Effekt, ne, man kriegt immer einfach die eigene Meinung zurückreflektiert, ist ein Problem, es ist kein Problem, das quasi so gedesignt wurde, natürlich hat sich niemand hingesetzt und gesagt, wir wollen, dass die Leute irgendwie immer nur bei ihrer eigenen Meinung bleiben, sondern wir wollen ein Produkt bauen, das von den Leuten ganz viel genutzt wird. Ja. Und jetzt das Problem, die Leute hören einfach am liebsten ihre eigene Meinung. Ja, das ist es. Weil das ist die Frage, an welcher Stelle sagst du jetzt als Firma, dass du, da wirst du, also quasi aktiv, aktiv die Leute davon abhalten, dein eigenes Produkt zu nutzen. Das ist viel, viel verlangt von einer Firma, die Geld verdient mit ihrem Produkt und Mitarbeiter davon bezahlt und so weiter. Das ist gar nicht so einfach zu sagen, wo man da die Grenze zieht. Immerhin im Corona-Bereich wird ja schon sehr viel gemacht, sowohl von YouTube als auch von Facebook. All diese Firmen machen ja ganz viel. Also wenn du Fake News, also wenn du irgendwas, wenn du, wie gesagt, Corona im Podcast erwähnst, dann wird der jetzt auf jeden Fall beim YouTube-Video stehen. Übrigens hier sind, ist irgendeine einigermaßen seriöse Webseite mit Informationen zu Corona. Wie viel das am Ende bewirkt, ob das das auch nur ansatzweise kompensieren kann, dass vielleicht im Video selbst dann was ganz anderes gesagt wird, sei dahingestellt, aber es wird immerhin versucht, da ein bisschen was zu machen. Ja. Wenn du jetzt manchmal so sehr unnette Situationen erlebst, hast du da manchmal das Gefühl, dass du sagst, ey, warum gebe ich mir das eigentlich? Ich mache irgendwie meinen Masterabschluss, ich habe alle möglichen anderen Projekte, an denen ich arbeite. Wieso arbeite ich diese zwei Tage die Woche in so einem harten Job, wo ich dann noch irgendwie am Ende beleidigt werde von einem 18-Jährigen? Kurze Antwort ja. Das denke ich mir tatsächlich nach manchem Dienst. Ich sage auch zu Kollegen, wieso mache ich das eigentlich noch? Diesen ganzen Scheiß, sage ich dann vielleicht auch, ganz ehrlich. Und ich sage auch, ich spreche jedem meinem Kollegen meine Bewunderung aus und sage ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie du das Vollzeit hier aushältst, vier Tage die Woche. Also keine Ahnung. Also ich denke es mir oft, während der Pandemie habe ich es mir noch krasser gedacht, weil wenn man sich dann vorstellt, Winter im Dunkeln hin, im Dunkeln zurück und dann hieß es ja auch noch, wenn wir jetzt Ausgangssperre, um 10 Uhr machen die Geschäfte zu. Das heißt, man wurde schon wieder abgestraft, wenn man quasi zu seinem Dienst geht, weil wenn man dann bis 19.30 Uhr Dienst hat, zieht man sich um, dann ist es vielleicht schon halb neun, je nachdem, wo du nach Hause musst. Bist du vielleicht erst um 10 zu Hause und dann machen die Geschäfte zu und es wird so getan, als gäbe es keine Berufe, die irgendwie darauf angewiesen sind, dass es vielleicht Geschäfte gibt, die bis 0 Uhr oder rund um die Uhr aufhaben. Und ja, da dachte ich mir schon echt, ganz ehrlich, warum tue ich mir das eigentlich noch an? Und dann denke ich mir aber wieder, eigentlich ist es ja ganz lustig mit den Kollegen ab und zu, es gibt ja auch wieder positive Momente dann, aber ich merke wirklich, wenn ich mal so eine Pause hatte, irgendwie zwischen Studium beginnt wieder und letzter Klausur und ich habe wirklich Vollzeit gearbeitet, habe ich super schnell gemerkt, dass ich gegen so eine Barriere konvergiere, wo ich merke, ne, ich kann es nicht mehr, es wird Zeit, dass ich wieder weniger habe. Das heißt, das machst du auch manchmal, diese zwei Tage die Woche, das ist, wenn du aktiv im Studium bist und in den Pausen, dann bist du auch Vollzeit als Sanje im Einsatz. Genau. Spannend. Jetzt hast du ja, hättest du ja, auch eine ganz andere Karriere einschlagen können, eine sehr prestigeträchtige und hast du, das ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Fall, ich habe schon ein bisschen über Studium und Uni-Zulassung in den letzten Videos auf meinem YouTube-Kanal gesprochen und über dieses sehr, sehr spannende Abiturnotensystem. Du hattest einen Medizinstudienplatz und hast ihn nicht angenommen. Das ist selten und ich brauche da einfach mal, ich habe die Statistik nicht gesehen, aber ich glaube, das ist relativ selten. Vor allem habe ich, was ich lustig fand, in eurem Podcast habt ihr erzählt, dass dein Kollege Sammy Splint, der hatte irgendwie eine 2-3 im Abi, hat er glaube ich gesagt und hat damit zwölf Wartesemester bekommen für Medizin. Du hattest eine 2-2 und hast einen Studienplatz gekriegt. Erstmal, wie hast du dir diesen Studienplatz ergaunert? Das heißt immer 1-0-1-1 mindestens oder halt Zulassungstest und warum in Gottes Namen hast du ihn nicht angenommen und was sagen die anderen Sanitäter dazu? Natürlich gibt es Leute, die einfach lieber Sanitäter sind als Arzt, aber ich denke mal, dass es auch in dem Bereich, in diesem medizinischen Umfeld viele gibt, die sagen, wenn ich einen Studienplatz hätte in Medizin, dann würde ich das durchaus annehmen. Ja, was soll ich dir sagen? Ich habe schon so oft auf Partys, wenn ich das Leuten erzählt habe, die auf dem Medizinstudienplatz warten, das ist ja wirklich eine Lebenseinstellung, finde ich gut, aber Leute, die warten, die warten auch und wenn die ihr halbes Leben warten, wird er jetzt abgeschafft übrigens. Wir haben jetzt so eine Kollegin, die hat mit 28 angefangen zu studieren mit einem Kind und die ist immer dieselbe Frage, Luis, erzähl mir nochmal ganz genau, wie war das damals mit diesem Studienplatz? Und ich kann es gar nicht sagen. Ich habe mich beworben, habe überall Absagen bekommen und auf einmal kam eine Mail, ja übrigens, wir können ihnen aber einen Studienplatz in Marburg anbieten. Ich hatte mich, glaube ich, Köln, Aachen und ich weiß nicht, wo ich mich noch beworben hatte und dann hieß es, wir können sie aber in Marburg, wenn sie wollen. Dann habe ich so gesagt, jetzt schon mit 18 dann doch schon Medizin für den, ich weiß noch gar nicht, ob ich so möchte und keine Ahnung was. Dann habe ich erstmal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und wenn man ein FSJ macht, steht an der Studienplatz ein Jahr später noch zu. Da stand er mir nicht in Marburg zu, sondern in Göttingen. Also da hatte ich ihn nochmal und dann habe ich aber gesagt, nee, ganz ehrlich, ich bin eigentlich ja immer froh, wenn ich aus dem Krankenhaus wieder raus bin und deshalb habe ich ihn dann nicht angenommen. Es war einfach Glück. Hast du das mit irgendjemandem abgesprochen? Was hat die Familie gesagt, dass der Junge den Medizinstudienplatz ablehnt? Also zumindest meine Cousins, also ich habe einen großen Teil Ärzte in der Familie, die fanden das natürlich schade. jeder Freund, der irgendwie Medizin studieren will, hasst mich dafür und meine Eltern tatsächlich haben mir immer freien Lauf in meiner Entwicklung gegeben. Also ich stand auch schon kurz davor, Wirtschaftsinformatik an der Frankfurt School of Business and Finance zu studieren und hatte auch schon einen Arbeitsvertrag mit der Deutschen Bank. Das war eine Kooperation. Wirtschaftsinformatik kann ich mich beworben, wurde auch genommen und dann dachte ich mir jetzt, hast du da wirklich Lust drauf, jetzt Wirtschaftsinformatik in Frankfurt zu studieren bei der Deutschen Bank und dann habe ich auch das da hingelassen. Du hast mir geschrieben auf Instagram, dass du, so haben wir uns ursprünglich kennengelernt, ich muss ja zu meiner Ehre sagen, dass du mir geschrieben hast und zwar hast du mir geschrieben, dass du hast dich irgendwie bedankt für das Video mit der Lebenslaufvorlage. Da hattest du dich für irgendeinen Job oder ein Praktikum ja anscheinend beworben. Was war das denn? Genau, das war tatsächlich Praktikum jetzt dann schon im Rahmen Rettungsingenieurwesen. Das war für Vertrieb Sonderfahrzeuge bei einem großen Automobilkonzern und Mit meiner Lebenslaufvorlage. Mit der Vorlage, die echt top ist. Kann ich nur jedem empfehlen. Also wirklich ungelogen. Ich habe die auch direkt meinem Vater gemacht. Absolut genial. Na wunderbar. Und das hast du dann auch gemacht? Das war ein Praktikum oder wie funktioniert das? Genau, das war ein Praktikum von beziehungsweise nee, genau, das habe ich dann auch nicht gemacht. Aber du wurdest angenommen? Ich wurde angenommen. Ist das so ein bisschen so dein Ding, dass du Angebote und Plätze kriegst, die du am Ende ablehnst? Nee, man muss tatsächlich sagen, also als ich ganz jung war, da war das wirklich in einem Jahr, man hat ja Bewerbung rausgeschickt ohne Ende und ich wollte alles zumindest mal, ich weiß, dass für die Firma ist das natürlich absolut ätzend, wenn jemand das Bewerbungsverfahren bis zum Ende durchläuft und dann sagt, ich will nicht, wo die Firma sagte, okay und dafür andere nach Hause geschickt haben. Aber ich wollte es zumindest mal, also ich war auch bei der Bundeswehr zum Beispiel, da hätte ich die Pilotenausbildung starten können für einen Jetpiloten, das hatte ich damals und dann sagte mir aber ein Bundeswehrpilot, ja Luis, dann hat er so drei Phasen, erstmal Offizierseignung hier in Köln, dann in Fürstenfeldbrück, fliegerische Eignung, habe ich alles, auch die Medizintests alle durchlaufen und dann sagte so ein Pilot, der uns eigentlich erzählen sollte, wie toll die Bundeswehr ist, sagte, ja überlegt euch gut, ob ihr hier wirklich fliegen wollt, also wenn es euch ums Fliegen geht und darum ging es mir, dann lasst es lieber sein, weil so viel fliegt ihr hier nicht, also das, was dann quasi zwei Jahre später aufkam, nämlich, dass die Piloten sich darüber beschweren, dass sie keine Flugpraxis haben und so weiter und so weiter, das hatte er quasi uns schon so angeteasert und dann dachte ich mir, ja gut und eigentlich habe ich auch keine Lust in so einem starren System zu sein, wo man irgendwie so ein kleines Licht ist, nichts ändern kann und das vielleicht auch gar nicht gewünscht ist, Veränderung und deshalb habe ich das dann zum Beispiel ausgeschlagen, jetzt dieses Praktikum zum Beispiel bei dem Betrieb Sonderfahrzeuge, ich hatte eigentlich mega Lust auf ein Praktikum zwischen Bachelor und Master und das Problem war da tatsächlich einfach nur, dass die gesagt hatten, ja kommen sie, machen sie, dass es aber zeitlich einfach nicht gepasst hat. Ich weiß nicht, was du jetzt als Bewerbungsguru quasi schon fast sagen würdest. Gut, das Wort Guru würde ich vermeiden, aber ich würde auch gar nicht moralisieren, klar für die Filme ist das ein bisschen nervig, wenn man jemanden absagt, aber ich würde auch immer empfehlen, sich viel zu bewerben und gerade auch für das Bewerbungsverfahren selbst, um das zu üben, wenn man sich irgendwie, ich glaube viele machen den Fehler, dass sie wirklich gucken, dass sie irgendwie ihr Traumpraktikum, ihren Traumjob finden und dann bewerben sie sich und dann gehen die zum ersten Mal in so ein Vorstellungsgespräch und sind total nervös. Ich sage immer, die ersten fünf, wenn du nervös im Vorstellungsgespräch bist, dann mach doch die ersten fünf zur Übung. Bewirb dich doch einfach mal irgendwo und wenn es nicht so toll ist, auch wenn du da nicht unbedingt am Ende hin willst, da einfach mal diesen Prozess machen, einfach mal sich da hinsetzen müssen, sich mit jemandem unterhalten, Sachen gefragt werden, Lebenslauf anstellen, anfertigen und so. Ja, also ich finde das gut. Ich bin da gar nicht dagegen. Ja, also das Problem wäre halt auch, ich hätte halt ein Jahr verloren, weil ich hatte schon das Wintersemester vom ersten Master und wollte ein Sommersemester und genau im Sommersemester wäre das Praktikum gewesen. Das heißt, dann wäre ich zum Wintersemester fertig gewesen, das ich schon hatte, hätte dann nochmal auf Sommersemester warten müssen, hätte also ein Jahr verloren und ich habe dann auch mit Verwandten gesprochen, die sagten, ach Luis, du bist so jung, dann zieh ich jetzt einfach in Regelstudienzeit durch, habe jetzt zehn Semester dann gebraucht für alles und kein Praktikum gehabt. Aber, äh, ja. Trotzdem irgendwo Angebote. Also, das kann ich auch wirklich jedem nur mitgeben. Ich mit 25, jetzt hier in sehr großen Lebensweisheiten, ich kann nur jedem mitgeben, egal wo eine Tür zugeht oder wo man sich für einen anderen Weg entscheidet, es wird irgendwo wieder irgendwie einen Weg geben, der einen dahin bringt, wo man sagt, am Ende war eigentlich gut, dass es so gelaufen ist. Und, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt zum Beispiel noch Zeit für das, ob Social Media so gelaufen wäre. Wenn ich jetzt nach Ingolstadt gegangen wäre, jetzt habe ich schon verraten, worum es geht, wenn ich nach Ingolstadt gegangen wäre, da das Praktikum gemacht hätte und so weiter und so fort, hätte ich vielleicht gar keine Zeit mehr zu gehabt. Ja, wer weiß. Und vielleicht, wenn du Flieger geworden wärst, dann wärst du jetzt der Pilot-TikTok-Star oder so. Das könnte man nicht sein. Ich habe auch viel mehr Abonnenten. Also, das ist immer schwer zu sagen, was es, was gewesen wäre, aber es scheint ja, dass du gerade in der, also, du machst ja wirklich sehr, diesen Rettungssanitäter-Beruf auch sehr populär und das ist ja auf jeden Fall sehr cool. Ich habe auch gestern Leute natürlich wieder getroffen, die dich kannten. Ich habe dann erzählt, also, warum bist du in Köln und ja, also, Stern TV und dann treffe ich mich sonst ein paar Leute und morgen früh nehme ich auf hier mit fünf Sprechfunden, ah, fünf Sprechfunden, ja, den kenne ich auch natürlich. Also, da auch irgendwelche Mädels, die ich da, mit denen, die da zufällig, das ist auch, also, man wundert sich auch, ich wundere mich ja auch immer, es sind ja nicht so, so viele Abonnenten, wie viele dann wirklich die Videos kennen. Also, da ich mit der Kamera schwenken und neben mir noch dieses andere Mädel mit ihrem Twitch-Selfie-Stick und dann kamen da auch Leute, so eine Gruppe von Mädchen und haben gesagt, ja, was macht ihr da, wofür ist das? Und ich meinte, ja, YouTube und dann, ah, du kommst mir irgendwie bekannt vor, wer, wer, was, wie heißt du, ja, Niklas Stehenwald, ah, ich habe dein Hogwarts-Video gesehen. Dann meinte sie, diese Cambridge-Videos, das zieht ja so ein bisschen Harry-Potter-mäßig auf manchmal und, äh, hab ich auch gesehen. Fünf Sprechwunsch kannten die natürlich auch. Man darf sich auch tatsächlich, glaube ich, nicht davon leiten lassen, was man jetzt wirklich für Abonnenten hat, das sind natürlich so die Treuesten, die einen auf jeden Fall erkennen. Man darf nicht unterschätzen, was für eine Reichweite, dass du hast zum Beispiel auch ein Video zum Thema Beste Lernmethode, dass meine Freundin ja direkt kannte die Lernmethode als Medizinstudentin, ähm, mit einer Million Aufrufe, die ja nur bei YouTube stehen und was ja im Hintergrund gar nicht siehst, ist, wie viele Leute das dann weitergeschickt haben und so weiter und das Video ging 20 Minuten oder so und, ähm, das heißt, äh, das darf man nicht unterschätzen, diese Peripheriereichweite, wie ich sie jetzt einfach mal nenne. Stimmt, das waren auch solche Leute, ne? Ich meine, die musste ja nach meinem Namen fragen, um mich zu erkennen. Das war jetzt niemand, der, von den paar tausend Leute, die meine Instagram-Story jeden Tag gucken oder so, die dann wissen, ich bin in Köln, die gibt's natürlich auch. Aber sie hat dein Gesicht einfach schon mal irgendwo, äh, wahrgenommen. Ja, und das ist ungewohnt, muss ich auch sagen. Ich meine, wir sind beide, glaube ich, jetzt Menschen, denen das relativ schnell passiert ist, dass es irgendwie, dass man irgendwo erkannt wird. Ja. Und mir passiert es ja immer noch relativ selten, weil ich in London lebe, aber wenn ich dann mal in Deutschland bin, dann passiert es, und selbst in London ist es schon passiert. Oder dass auch Leute hinterher schreiben, das ist immer so, sowas Bergwürdiges, so, ich hab dich gesehen, ich hab dich beobachtet auf der Straße, denk mal so, ja, hoffentlich hab ich mich gut, gut verhalten. Äh, das unterschätzt man auch manchmal, dass dann natürlich ganz viele, gerade die einen jetzt nicht, die jetzt nicht so die Fans oder so sind, die würden einen ja auch nicht ansprechen. Wenn ich jetzt irgendjemanden sehe, das ist irgendein Schauspieler, den hab ich schon mal in irgendeinem Film gesehen, dann lauf ich da ja nicht hin und halt den auf, aber man sieht sie dann. Und manchmal wird man da hinterher angeschrieben. Passiert dir das wahrscheinlich, also wahrscheinlich passiert dir das mehr, auch im Einsatz? Hast du schon Patienten gerettet? Tatsächlich, Patienten, hast du schon Fans gerettet? Fans hab ich, doch, ich hab schon mal, also ganz klassisch, da war ich noch gar nicht so groß, aber da kam irgendwie angefahren, halten, die Anruferin stand an der Straße, guckt rein und dann, bist du nicht der? Und das hatte ich tatsächlich schon, aber jetzt im Dienst zum Glück nicht so oft, man muss auch sagen, der Altersschnitt ist da auch etwas älter, aber super oft in jedem Krankenhaus tatsächlich, weil das ist ja genau die Zielgruppe, andere Rettungswagen, die einen sehen und leider in Anführungsstrichen, das kann man vielleicht gar nicht so nachvollziehen, aber es ist mittlerweile schon schwierig, in Köln in Örtlichkeiten feiern zu gehen, die mir gefallen, weil ich merke, das sind scheinbar Örtlichkeiten, die auch Leuten gefallen, die meinen Humor mögen, also dass da einfach so eine Schnittmenge vorhanden ist, ich geh jetzt nicht so in Schickimicki-Clubs feiern, keine Ahnung, das reizt mich nicht, vielleicht würde mich da auch wer kennen, aber ich merke tatsächlich, da wo ich feiern gehe, so ganz ausgelassen, wo du gestern warst, vom Späti oder so, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass einen irgendwer kennt schon sehr hoch und da ist tatsächlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man dann angesprochen wird, sehr hoch mit, passiert es teilweise zwei, dreimal dann auch an einem Abend und das finde ich dann irgendwie nicht so cool, weil ich ganz genau merke, die Leute beobachten einen und man fühlt sich dann nur noch auf dem Präsentierteller, also man ist ja mit seinen Freunden da, um Spaß zu haben und die beobachten einen so ganz genau und dann schauen sie, ist das wirklich okay, dann beobachten sie einen wieder und dann kommen sie vielleicht auch mal und natürlich bin ich dann immer nett und wenn die irgendwas haben wollen, ein Foto oder so, kein Ahnung, können wir das natürlich gerne machen, aber ich möchte eigentlich, also man weiß ja nicht, wie das mit dir ist, dich würde ich schon ziemlich authentisch jetzt deklarieren, wenn man dich jetzt auch so privat so ein bisschen erlebt, ganz, ganz bisschen. Die fünf Minuten vor dem Podcast. Genau, ich kann sagen, wir kennen uns ja schon seit Jahren, aber ich spiele ja schon eine Rolle und ich halte bewusst die Rolle, entkopple ich schon bewusst irgendwie von meinem privaten Sein einfach und Verhalten, weil ich keinen Bock habe irgendwie auf dieses, ja, den habe ich da gesehen und der ist da, der ist eigentlich ja völlig anders oder der ist so und so und so und so und die Leute erwarten immer so, dass ich dann so direkt witzig bin und alles und ein Kollege kam halt zu mir und meinte, hör mal, die meinten gerade, hör mal, dein Kollege ist aber gar nicht so lustig wie in den Videos und dann sagte er ja, darf er um drei Uhr morgens, keine Ahnung, nicht irgendwie mal schlecht gelaunt sein, keine Ahnung, also das ist halt das Problem irgendwie und dann spannend. Du, na gut, du hast ja jetzt verschiedene Formate, ich würde sagen, in deinem Podcast, das wirkt eigentlich eher so nach dir selbst, also ich kenne dich jetzt ja nicht gut persönlich oder so, aber das ist dann, glaube ich, eher so der normale, du bist und klar, in deinem TikTok, das ist ja Comedy, das sind ja Sketches, die du da aufführst und ich fand es eben auch toll, dass ich gerade mal in echt diese, deine weibliche Stimme sehen, mit ansehen durfte, die du immer in deinem Podcast vormachst, wenn irgendeine Frau irgendwas gesagt hat. Ja. Aber genau, da bist du eher Schauspieler und das ist natürlich was ganz anderes und das stelle ich mir auch sehr nervig vor, wie wenn man irgendwie Comedian ist und so dann kommt jemand, erzähl uns einen Witz oder so, mach mal irgendwas Lustiges vor. Das ist natürlich gerade, sowas mache ich nicht, ich habe ja nur diese Art von Content, wo ich als ich selbst spreche, von meinen Erfahrungen erzähle und das würde ich schon sagen, dass das authentisch ist. Klar, man verhält sich vor einer Kamera anders und ich würde mich jetzt, also man, ich bin ja viel, mir allem, was ich sage, jetzt gerade viel bewusster, weil Kameras und Mikrofons laufen. Also wenn ich jetzt hinterher mit dir irgendwie kurz plaudere, dann ist es schon ein bisschen was anderes, aber ich würde schon sagen, dass es authentisch ist und noch stört es mich auf jeden Fall nicht. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, in England und habe dann das Privileg, das ist ja auch das Schöne, wenn man deutschsprachigen Content macht, dann kann man ja immer wechseln und da wird man auch mal erkannt, aber eben wirklich selten und dann kann man, wenn ich jetzt in Deutschland bin, dann ist mir das natürlich bewusst, dass da immer mal Leute sind, die die Videos gesehen haben. Es ist ja jetzt auch, ich meine, wir sind ja jetzt keine absoluten Celebrities oder so, dass sich da irgendwie ein Schwarm um einen bildet, aber ab und zu kennt einen halt irgendwie, jemand hat den Content gesehen. Ich finde es eigentlich ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mich stört es jetzt nicht, es ist ja auch eine, es ist ja eine Entscheidung gewesen, das muss man sagen. Wir haben uns ja beide entschieden, euch vor eine Kamera zu stellen und das ins Internet hochzuladen. Ja, wobei tatsächlich teilweise auch geglaubt wird, scheinbar nur, weil jemand im öffentlichen Leben steht, in Anführungsstrichen, dass dann so gewisse gesellschaftliche Normen nicht mehr gelten oder so. Das ist ein ganz anderes Thema. Richtig. Das fängt ja schon im Internet an, muss man sagen. Genau. Also das ist ja schon, was die Leute denken, was für Kritik sie äußern dürften. Ja. Oder was für, also, du siehst aber komisch aus, du hast irgendwie, oder dass sie irgendwie, was ich nicht, irgendwelche Äußerlichkeiten kritisieren oder die Art, wie du sprichst, finde ich irgendwie total unangenehm. Ich so, okay, und wenn du sonst jemandem begegnest, dann sagst du denen das so, auch ins Gesicht. Also, sag doch einfach nichts. Genau. Ja, so ist es. Aber tatsächlich auch, also, Frauen beschweren sich ja manchmal darüber, dass Männer ihnen vielleicht Bilder schicken, die sie jetzt vielleicht nicht haben wollten. Ich kann aber jetzt mal kurz sagen, das Problem haben nicht nur Frauen. Ist nicht wahr. Doch, wirklich. Und kriegst du das von anderen Männern oder von Frauen? Zum Glück. Was heißt zum Glück? Also, bis jetzt nur von Frauen. Das hätte ich, das überrascht mich jetzt aber tatsächlich. Also ich, also so ein bisschen so in die Flirty Richtung kriegt man schon mal eine Nachricht. Klar, so krieg ich auch, aber ich glaube fast wahrscheinlich noch mehr von Männern, weil Männer einfach da noch ein bisschen richtig, genau, das wobei ich sag immer, mehr straightforward sind. Ohne jetzt, also, ohne jetzt hier diese Community in irgendeiner Form offenden zu wollen, aber ich sag immer, mir folgen 70% Mädels, 30% Männer und die sind schwul. Und, ähm, das heißt, ja, also natürlich bekommt man irgendwie mal so eine Nachricht, äh, von einem Mann so, hey du, äh, oder hey Süßer, oder hey, bist du zufällig in, auch LGBT oder, plus oder so, ähm, sag ich immer, nee, sorry, oder nee, also ich antworte auch ganz nett drauf, ich finde das jetzt nicht schlimm, das mal abzufragen, aber tatsächlich, wenn ich schon so eine Anfrage sehe, in den Ordnern, wo einfach nur steht, Foto, dann hab ich schon Angst, teilweise drauf zu klicken, weil, ähm, das manchmal, ja. jetzt muss ich dir aber, jetzt müssen wir dir aber kurz was klären, also du kriegst Nacktbilder von Frauen geschickt im Internet, ähm, haben die so eine, ist da dann auch so eine zwielichtige Website verlinkt? Nee, tatsächlich nicht, nee, nee. Sind das womöglich Spambots? Das, ich muss offen gestehen, das prüfe ich tatsächlich gar nicht, ich lösche es direkt. Also denn, das muss, das kurz dazu gesagt, äh, 99,99 Prozent aller weiblichen Nacktbilder, die im Internet versendet werden, sind keine echten Frauen. Das sind, der Weglass, wie er mich ja, nicht, dass ich, also nicht, dass ich jetzt hier diese groß, das ist hier die ganz große Neuigkeit, es ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, für eine Frau, glaube ich, selbst einem Influencer quasi, äh, Nacktbilder zu schicken und auf Instagram und, äh, TikTok und all diesen Plattformen sind natürlich ganz, 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 ganz viele Spam und Scam und Phishing Bots unterwegs, das war aber tatsächlich, hauptsächlich, also genau, jetzt, jetzt kann es tatsächlich sein, dass es Bots sind, weil es, die kriege ich auch, die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Genau, die, äh, die lösche ich dann, in dieser Reichweite von 30.000 bis 50.000, ist es mir tatsächlich aber extrem häufig passiert, dass, ähm, Mädels irgendwie geschrieben haben, ganz normal, so hey, blablabla, und dann kam das im Verlauf auf einmal, wurde es einfach gedroppt, ähm, und jetzt, glaube ich, habe ich den Luxus der großen Reichweite, dass man sich vielleicht nicht mehr traut, so wirklich, oder vielleicht auch denkt, der antwortet ja eh nicht, sich gar nicht diese Mühe macht, ähm, weil ich weiß halt auch nicht, wie man dann damit umgeht, so, oder ich will auch niemanden verletzen, in irgendeiner Form, aber, ähm, keine Ahnung, ich finde es halt einfach unangebracht, weil, ähm, ich mach's, ja, ich mach's ja auch nicht, und das meine ich eben, man hat so den Eindruck, nur wenn man sich im Internet auffällt vielleicht, oder nur weil das jetzt, in Anführungsstrichen, eine Person des öffentlichen Lebens ist, kann man so gewisse Dinge einfach mal machen. Ja. Ähm, wie du es jetzt auch schon sagtest, dann natürlich Hate Speech oder sowas, und, ähm, da bin ich jetzt zum Glück noch nicht so Opfer von geworden, aber ich merke auch, wenn jemand schon, die Leute schreiben immer erstmal so ziemlich aggressiv, so, hör mal, also das fand ich jetzt gar nicht okay, und dann antwortest du sachlich darauf, und dann ist direkt auf einmal ein normales Gespräch. Ah ja, so, find ich cool, dass du antwortest, ähm, war auch gar nicht so gemeint, so und so, aber erstmal einen raushauen quasi. No front. Ja. Aber ich find dich, total scheiße. Ja, das, das gibt's natürlich, ähm, und, äh, klar, das ist jetzt, ich find das ganz spannend, weil ich auch meine eigene Reaktionen gerade beobachtet habe, als du das erzählt hast. Das ist ja auch so ein bisschen so, da gibt's schon so gewisse, gewisse gesellschaftliche Normen, wenn jetzt irgendwie das Männer irgendwie creepy, Nacktbilder verschicken an irgendwelche Mädchen, da ist irgendwie so direkt klar, das ist irgendwie unerwünscht und was soll das? Ich kann mir, ich steh jetzt einfach mal die Hypothese auf, dass wenn du jetzt hier erzählst, ach, ich hab irgendwie diese fast 600.000 TikTok-Follower und 70% von denen sind Frauen und dann schicken mir einige von diesen echten Frauen dann auch noch Nacktfotos von ihnen, wie schlimm das ist. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass einige der meiner, hauptsächlich männlichen Zuschauern, die einfach dafür kein Mitleid überhaben. Ist schon spannend, oder? Also, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man das so beobachtet. Natürlich ist das eine Grenzüberschreitung. Absolut. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt viele nicht ... Es gibt auch Schlimmeres. Ja, es ... Würden bestimmt jetzt viele heterosexuelle, männliche Zuschauer sagen. Ja, das stimmt. Ähm ... Ja. Ja, das ... Ja, ja. Aber ... Du fühlst dich damit unwohl. Und oft sind es dann ja auch Spam-Bots, aber wenn es keine sind ... Klar, es ist eine Grenzüberschreitung, es ist schon auf jeden Fall spannend zu sehen, wie da Leute plötzlich ganz anders reagieren und denken, da ist jemand irgendwie öffentlich und dann geht irgendwie alles und dann auch in echt, dass man sagt, der muss sich jetzt mit mir unterhalten. Oder auch, dass Leute schreiben und dann, wenn man nicht antwortet, kommt das Fragezeichen und dann kommt das zweite Fragezeichen, dass man irgendwie denkt, der hat jetzt irgendwie so eine ... so einen Vertrag mit mir eingegangen, dass der sich so und so auffüllen muss. Aber, ja, schon spannend, wie du das erlebst. Ich erlebe da das wieder ganz anders natürlich, weil ich auch eine ganz andere Nische habe. Ich muss jetzt sagen, zu meinem Leidwesen vielleicht, nein, alle meine Zuschauer und Zuschauerinnen finde ich ganz toll, aber bei mir sind es halt einfach nur 9% oder so, sind vielleicht weibliche Zuschauer auf YouTube und 20% auf Instagram. Instagram ist eine weibliche Plattform, YouTube ist eine männliche Plattform, aber es ist spannend, dass du sagst, dass du auf TikTok und Instagram so viele weibliche Zuschauer hast. Das ist schon ... Ja, das ist, finde ich, auch sehr spannend. Das ist die Uniform. Ja, das ist die Sache, Staukorn-Syndrom nur mit Uniform. Yes. Um das Thema dann mal wieder in etwas gesittetere Bahnen zu lenken von sexuell anzüglichen Bildern weg zum ungefähr genau dem Gegenteil Mathematik. Du hast deine Bachelorarbeit geschrieben, da musst du noch einmal ganz kurz erzählen, was das war. Du hast statistische Vorhersagen getroffen, glaube ich. Genau, es gibt die Problematik im Rettungsdienst, es gibt nur begrenzte Fahrzeugressourcen und es gibt eben durch diverse Einflüsse bedingt Einsatzspitzen. Und das Einzige, worüber ich mich beschäftigt habe, ist, ob man stündlich prognostizieren kann, einigermaßen zuverlässig. Prognostizieren kann man ja immer, die Frage ist ja immer, mit welcher Güte. Ob man stündlich prognostizieren kann, wie viele Einsätze erwarte ich in einer Stunde, sodass man dann quasi Kompensationsmaßnahmen treffen kann, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt in der Kölner Innenstadt eine hohe Einsatzauslastung erwarte, könnte ich ja aus einem Stadtteil, wo ich eine niedrige Einsatzauslastung erwarte, schon mal einen Rettungswagen rüberfahren, damit es dann nicht eben dazu kommt, dass die Hilfsfristen nicht mehr eingehalten werden können. Acht Minuten haben wir hier. Und dann zum Beispiel unter Umständen bei einer Reanimation oder so der Rettungswagen zu lange braucht. Damit habe ich mich beschäftigt, damit werde ich mich in der Masterarbeit beschäftigen, nur eben damit ein Thema, wo du wahrscheinlich wieder mehr im Game bist, nämlich dann nicht mehr als univariate Zeitreihenanalyse, sondern multivariate, das heißt mit diversen Einflussfaktoren, Variablen und dann eben unter Zuhilfenahme von fortgeschrittenen und grundlegenden Prognoseverfahren, also lineare Regressionen. Und dann natürlich auch sowas wie radialer Basisfunktionen, also da geht es dann in die Richtung künstliche Intelligenz, Random Forest. Ich wollte gerade sagen, lineare Regressionen wird ja heutzutage schon als künstliche Intelligenz gebrandet. Das solltest du auf jeden Fall so verkaufen, dass das KI ist. Ist das normal, dass man sich mit so sehr mathematischen Themen beschäftigt in diesem Bereich Rettungsingenieurwesen oder bist du da eher einer von den Mathe-Nerds im Studium? Das war wirklich, ich glaube, das wird auch so schnell, glaube ich, nicht nochmal nachgemacht. Das war einfach ein Thema, was mich unfassbar interessiert hat. Sicher, die Grundlagen kamen tatsächlich erst im Master dafür. Also das, womit ich mich in der Bachelorarbeit beschäftigt habe, beschäftigt habe mit dieser Statistik, auch Brötische Algebra und wie entsteht, also das ist ja unfassbar theoretisch. Das kann man sich nicht vorstellen, wie theoretisch Mathematik sein kann und wie langweilig von diesem zufälligen Versuch und den dann auf die reelle Achse zu transformieren. Und wie wunderschön. Genau. Muss man als Mathematiker einwenden. Richtig. Und vor allem diese ganzen Zeichen zu verstehen dann. Ja. Und genau, damit, das kam tatsächlich erst im Master die Grundlagen dafür. Ich habe mich dabei reingearbeitet, weil ich das Glück habe, dass ich festgestellt habe in meinem Leben, wenn ich mich für etwas wirklich interessiere, dann kann ich mich auch schnell auf ein Level reinlesen oder da kann ich mir das erarbeiten einfach, wenn ich die Zeit dazu habe. Also ich saß dann zum Beispiel an drei Sätzen an Mathematik und saß ich dann vielleicht schon fünf Tage und habe wirklich nur jedes einzelne Wort und dann das aufgezeichnet und mir dann visualisiert, okay, worum geht es hier oder was möchte man hier eigentlich gerade vermitteln? So Wahrscheinlichkeitsräume und so weiter und so fort. Aber dann macht es Spaß tatsächlich. Und damit habe ich mich beschäftigt. Ich habe da in der Bachelorarbeit lediglich betrachtet Zeit und Einsätze. Also stündlich aufgelöst die Einsatzzahlen und hier von der Feuerwehr und Rettungswache 1 in der Kölner Innenstadt und eben dann jede Tagesstunde und das dann prognostiziert mit einem saisonalen, autoregressiv integrierten, gleitenden Durchschnittmodell, kurz SARIMA und einem Erwartungswertmodell. Und das fand ich dann wieder so faszinierend. Diese SARIMA, das ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber dieses Erwartungswertmodell, das ist fast schon, ich glaube, Mittelstufen, Oberstufen, Mathematik, einfach nur wie berechne ich den Erwartungswert eines Würfels, das ist 3,5. Das ist eine super einfache Formel und genau damit kann man aber auch super krasse Vorhersagen treffen oder Modelle kreieren. Wird das dann irgendwie auch in die Praxis übertragen? Es ist jetzt ja nur eine Bachelorarbeit in Anführungszeichen. Das ist halt auch einfach deine Qualifikation, die du da machst, aber es klingt ja nützlich. Wenn man da wirklich was vorhersagen kann, kann man dann irgendwie sagen, jetzt müssen wir, jetzt halten wir schon mal die Ressourcen bereit, weil wir wissen jetzt gleich, wahrscheinlich kommt eine besonders geschäftige Phase im Rettungsdienst. Arbeitet ihr da mit dem echten Rettungsdienst zusammen, um das in der Praxis zu testen? Genau, also der Erstprüfer ist bei der Berufsfeuerwehr Köln in der Bedarfsplanung tätig. Die Zweitpöferin kam vom Institut für Informatik und er hat auch die Einsatznaten bereitgestellt und der hat natürlich schon hohes Interesse daran. Das in der Bachelorarbeit, das war jetzt erstmal sehr theoretisch und grundlegend und so wurde gezeigt, es ist möglich. Der nächste Schritt ist jetzt quasi dann im Master und unter Umständen auch im Rahmen einer Promotion, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, das im Raum steht, zu klären, ob man da wirklich was machen kann, was man dann auch mit den Kostenträgern, sprich die Krankenkassen gegenüber rechtfertigen kann, dass man sagen kann, wir müssen jetzt einen zusätzlichen Rettungswagen in Dienst nehmen, was natürlich mehr Kosten erzeugt, weil wir aber wissen, und das ist wissenschaftlich belegt, dass jetzt eine höhere Einsatzlauslastung kommen wird. Und tatsächlich aber, so geht das, habt ihr ja veröffentlicht, auch in der Fachzeitschrift, und ich hatte dann jetzt auch zuletzt eine Konferenz, eine Telefonkonferenz mit einer relativ größeren Unternehmensberatungsfirma in Aachen, die unter anderem auch das Telenol als Projekt ausgerollt haben und die starten jetzt ein Projekt, Pre-Resc heißt das, und das beschäftigt sich eben nämlich genau damit, nämlich der Vorhersage von Reduzins-Einsätzen und die wollten quasi mit mir mal besprechen, wie ich deren bisherige Planung so sehe und die gehen so ein bisschen anderen den Weg, aber es kommt. Und das Interessante ist, darüber habe ich jetzt jemanden kennengelernt über dieses Projekt, die wiederum jetzt eine Dozententätigkeit aufgeben muss, weil sie woanders hingeht und mir jetzt quasi diese Dozententätigkeit vermittelt hat. Also man sieht, wie dann so die Wege auf einmal gehen. Und wenn du am Ende Richtung Promotion gehst, dann wirst du doch noch Doktor, auch ohne das Medizinstudium, das wäre auch cool. Also der Doktor als Rettungssanitäter. Also das wäre es mir allein schon wert, damit ich es meiner Freundin vorhalten kann, weil wir wissen ja alle, dass ein Medizindoktor ... Der Doktor Med ist kein echter Doktor und so weiter. Richtig, genau. Darauf freue ich mich schon. Das wäre auch sehr cool. Das würde auch, glaube ich, sehr gut nochmal in dein Branding passen. Der Doktor Rettungssanitäter auf TikTok und Instagram. Sehr, sehr cool. Vielleicht zum Abschluss. Für mich sind das Coolste wirklich diese Einsatzstories, auch für viele Podcast-Hörer. Der Podcast ist ja unglaublich erfolgreich und so ganz schnell in die Charts aufgestiegen. Ich werde jetzt also nicht sagen, bitte führ einen Sketch vor und mach irgendwelche Stimmen nach. Aber hast du noch irgendeine coole Story aus dem Einsatz? Ich meine, du hast ganz viele. Du hast sie ja auch schon ganz oft erzählt. Kannst also vielleicht so eine der beliebtesten nehmen, ob das jetzt besonders blöd oder besonders nett oder besonders aufregend war, auch wenn du sie schon mal erzählt hast, irgendeine, die du uns noch mitgeben willst. Ich kann einer erzählen tatsächlich. Es ist eigentlich so die Never-Ending-Story. Und zwar drei Uhr morgens hat er uns gerade ins Bett gelegt und auf einmal geht der Melder. Ich höre nur den Kollegen nebenan schreien. Das ist jetzt nicht deren Ernst. Mit deren meinte er die Leitstelle. Und die hat uns in den Einsatz gesteckt. Ich guckte dann drauf. Da stand eine technische Hilfeleistung klein. Ein Rettungswagen, ein Löschfahrzeug. morgens um drei Uhr zu einer Gaststätte. Meldung, adipöse Person steckt ein Taxi fest. Und es war tatsächlich dann Lage wie gemeldet. Also da war eine sehr alkoholisierte Person, die etwas beleibter war. Das war jetzt aber nicht unbedingt ausschlaggebend. Der Hauptpunkt war Alkohol. Also Kinder trinken nur so viel, wie ihr auch vertragt. Hat nämlich versucht, ins Taxi einzusteigen. Und dann ist ihm die Schwerkraft irgendwie so ein bisschen zum Nachteil geworden. Die hat ihn dann nämlich fallen lassen in den Fußraum zwischen Fahrersitz und Rückbank. Und dort steckte er dann sprichwörtlich fest. Und konnte da nicht raus. Nee, die Freunde waren auch völlig überfordert. Der Dacat einfach da voll auf dem Druck. Und die konnten ihn da nicht rausziehen? Nee, die waren ja auch alle völlig betrunken. Und dann, muss man sich vorstellen, da fährt dann Rettungswagen und Löschfahrzeug. So viel zum Thema, wir retten Menschenleben. Warum das Löschfahrzeug? Weil es ja ein technischer Hilfeleistungseinsatz war. Die steckte ja fest. Dann mussten die quasi den rausziehen. Die haben dann wirklich einer durch den Kofferraum, der andere von rechts, der andere von links. Haben ihn dann da rausgezogen, sich noch sehr darüber echauffiert, dass man hierfür um drei Uhr morgens die Feuerwehr ruft. Und ja, der Patient ging dann auch ins Krankenhaus, weil er zu betrunken war. Aber das sind dann so Paradoxen, wo ich immer denke, siehst du in den Rettungswagen, lau dich vorbeifahren, denkst du, oh mein Gott, da ist was passiert. Und dann fährt er zu sowas. Aber tatsächlich, die erzähle ich jetzt noch ganz kurz die coolste Story, finde ich. Da hatte ich einen supercoolen Nachtdienst, aufregend. Aufregend ist immer, wenn man viel mit jungen Menschen auch zu tun hat irgendwie. Und ich finde das immer schön, wenn man Samstagnachtdienst hat und so ein bisschen durch die Stadt kommt auch. Und man kann zwar nicht selbst feiern gehen, aber man kriegt so ein bisschen einfach diesen Samstagnacht-Flair mit. Und das finde ich immer ganz cool. Und da sind wir wirklich nur, keine Ahnung, sind wir erst in die Eishalle gefahren. Und dann waren wir um 1.30 Uhr oder so, hatte eine Studentenparty angerufen, weil über ihr haben sie gehört, dass jemand am Klopfen war. Da ist ein älterer Herr gestürzt, einfach nur aus dem Bett gerutscht. Wir haben den wieder ins Bett dann gebracht, sind dann noch kurz runter. Die meinten, ja, wollt ihr nicht noch einen Kuchen essen? Da haben wir noch ein Stück Kuchen gegessen. Und dann die Anerkennung. Sind dann in den Rettungswagen und dann wurden wir geschickt zu einer Diskothek. Und da waren dann drei Mädels, die hatte angerufen für ihre Freundin, die in der Mitte war, die völlig im Liebeskummer war und betrunken. Und ich will zu ihm, er ist nach Wien gezogen. Und es war halt nichts fürs Krankenhaus, aber wussten jetzt halt auch nicht, die Taxi wollte die halt auch nicht mitnehmen. Und dann haben wir gesagt, komm, wo wohnt ihr? Dann meinten, die wohnten zwei Straßen weiter. Dann haben die tatsächlich nach Hause gefahren. Und das war einfach irgendwie, also man darf es natürlich nicht zu laut sagen, sonst rufen die Leute jetzt nur noch an, weil sie denken, der Krankenwagen fährt die nach Hause. Das hat natürlich nie stattgefunden. Und wir haben denen auch gesagt, hör mal, wenn jemand fragt, ihr seid mit dem Taxi hier nach Hause gekommen. Und ja, das war einfach, einfach eine super coole Nachtschicht. So macht es dann irgendwie Spaß. Luis, ich bedanke mich im Namen aller Zuschauer und Zuschauerinnen und der Gesellschaft für die wichtige gesellschaftliche Arbeit, die du leistest. Ob das jetzt Taxifahrten sind oder ob das Menschen, die du aus dem Taxi ziehst. Genau. Auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Rolle und eine wichtige Funktion, die du hast. Und schön, dass du die Zeit dafür findest, trotz deiner ganzen anderen ambitionierten Projekte und deines Studiums, dass du jetzt bald dann hoffentlich erfolgreich abschließen wirst. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich hier in mein Hotelzimmer zu begeben und in meinen Podcast. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung und viel Erfolg am Dienstag. Dankeschön. Louis Teichmann, meine Damen und Herren, aka 5 Sprechwunsch. Ihr findet ihn überall in den sozialen Medien und sein Podcast heißt Retterview. Ein Podcast, in dem ich selbst kommenden Sonntag zu Gast sein werde und wie das zusammenpasst, erfahrt ihr dann. Ansonsten habt ihr zweifelsohne mitbekommen, dass diese Folge aus einem Hotelzimmer aufgenommen wurde. Wenn die Folge erscheint, dann bin ich bereits seit ungefähr einer Woche in Deutschland unterwegs und werde noch einige weitere Wochen durch viele deutsche Städte reisen, um mich mit anderen YouTubern zu treffen und mit einigen von euch. Wenn ihr Lust habt, folgt mir auf Instagram für die Updates und um euch vielleicht mit mir zu verabreden. In jedem Fall heißt das, dass es viele weitere Podcast-Folgen dieser Art geben wird und auf meinem YouTube-Kanal natürlich Vlogs und jede Menge anderer Real-Life-Content. Freut euch drauf und macht es gut. Bis nächste Woche. BisNAкого 나무. Bis ¡SALT should Protest!